Ja, während sich die Referentinnen und Referenten gerade hinsetzen, möchte ich gerne alle begrüßen. Ich bin Sergej Algodinski, Referatsleiter EU Nordamerika hier und ich freue mich, dass unsere Einladung doch einige hierher gelockt hat. Wir sprechen über ein spannendes Thema, vor allem jetzt, eine Woche nach der Sicherheitskonferenz. Ich habe mir kurzzeitig überlegt, ob man nicht Obamas zweite Amtszeit in Bidens zweite Amtszeit umbenennen sollte, weil Joe Biden hat ja wirklich Schlagzeilen gemacht mit den, wie viele gesagt haben, Europastreicheleien, mit diesen großzügigen Kooperationsangeboten für Europa und einige haben das so aufgefasst, als stünde es in einem ziemlichen Gegensatz zu der bisherigen Obama-Politik. Und das wollen wir hier besprechen, ob das stimmt, diese Wahrnehmung tatsächlich stimmt und was können wir Europäerinnen und Europäer insgesamt machen, um vielleicht etwas relevanter für Amerikanerinnen zu sein. Dafür haben wir tolle Gäste eingeladen. Diese Gäste wird unser Moderator vorstellen, Thorsten Benner, ist Direktor bei Global Public Policy Institute und ist einer der führenden Fachleute, nicht nur im Bereich der globalen Politik, also Global Governance, sondern auch der globalen Sicherheitspolitik, hat große Erfahrungen in den USA gesammelt, hat für die UNO gearbeitet und in Harvard studiert. Also wir haben hier auch als Moderator einen exponierten Fachmann auf diesem Gebiet. Und an dieser Stelle herzlichen Dank, dass sowohl du, Thorsten Benner, als auch Sie, lieber Referentinnen und Referenten, oder Referentin und Referent, ein zusätzlicher Hinweis schadet nie, dazu kommt. Wir freuen uns auf die Diskussion und viel Spaß an alle. Vielen Dank für die großzügigen Worte, Sergei. Es ist mir eine große Freude, hier heute Abend diese Diskussion zu moderieren, hier vor dem Publikum und auch vor den Zuschauern, die uns über Livestream zuschauen können und natürlich auch per Internet uns Fragen später zurufen können, die wir dann hier auf dem Podium berücksichtigen werden. Es ist eine große Freude, zwei so ausgewiesene Journalisten und Publizisten heute Abend hier zu haben, um über die Aussichten der transatlantischen Beziehungen, was ist zu erwarten in Obamas zweiter Amtszeit. Das ist das Thema von Christopher Marshall. Das ist auch das Thema seines gerade erschienenen Buchs, Der neue Obama, was von der zweiten Amtszeit zu erwarten ist. Und Silke Tempel wird uns dann ausführen, was Europa zu tun hat, in Antwort auf das, was Silke Tempel erwartet von den USA. Ich möchte Silke Tempel zuerst vorstellen. Sie ist Historikerin, Politologin, Nahost-Expertin, hat gearbeitet als Journalistin bei der Woche und der Jüdischen Allgemeinen, ist seit einigen Jahren Chefredakteurin der internationalen Politik und neben dieser Chefredakteurstätigkeit findet sie auch immer wieder Zeit, Bücher zu verfassen, zum Beispiel Israel, eine Reise in ein altes, neues Land und vor zwei Jahren auch ein Buch über Freier von Moltke. Herzlich willkommen, Silke Tempel. Christopher Marshall, allen Tagesspiegellesern bestens vertraut als USA-Chef-Korrespondent des Tagesspiegels, promovierter Historiker, ähnlich wie Silke Tempel, hat dann den Einstieg in den Journalismus über die Süddeutsche Zeitung gewählt, ist dann gewechselt zum Tagesspiegel, war dort Meinungschef, bevor er 2005 in die USA gewechselt ist und dort der einzige deutsche Korrespondent oder deutschsprachige deutsche Zeitungskorrespondent ist, der formell im Presschor des Weißen Hauses akkreditiert ist und somit besten Zugang hat. Soweit ich informiert bin, auch der erste deutsche Zeitungsjournalist, dem Barack Obama, der sich ja normal nicht so wahnsinnig für die ausländische Presse interessiert, ein Interview gegeben hat. Christopher Marshall hat es ihm dann und seiner Familie mit drei Büchern gedankt. Ein Buch über Obama I, ein Buch über Michelle Obama und das Buch der neue Obama, was von der zweiten Amtszeit zu erwarten ist, das gerade in die Buchläden gekommen ist. Wir freuen uns sehr auf die Ausführungen zu dem, was wir zu erwarten haben vom neuen Obama und dem alten Amerika. Vielen, vielen Dank für die nette Begrüßung. Es ist ja ein ganz tolles Timing, wenige Tage nach der Sicherheitskonferenz in München, wo Vizepräsident Joe Biden nicht nur ein Pflichtbekenntnis, sondern ein geradezu überwältigendes Bekenntnis zu Europa abgelegt hat. Und dann wollen wir uns das mal ein bisschen näher anschauen, wie viel Substanz dahinter ist und was davon zu erwarten ist, politisch und in der Substanz. Ich weiß nicht, wie weit Sie das alle verfolgen konnten, aber Joe Biden, also normalerweise kommen zu den Sicherheitskonferenzen in München der Außenminister, der Verteidigungsminister oder schrägstrich die Außenministerin. Die Verteidigungsministerin hatten wir noch nicht in Amerika. Das kann vielleicht auch noch kommen, nicht jetzt schon in dieser Amtszeit, aber vielleicht später. Manchmal kommen sie auch im Doppelpack. Nun hat es was mit dem amerikanischen Wahlsystem auf sich, dass in den Frühjahren direkt nach einer Präsidentenwahl normalerweise keine Minister kommen, weil die noch nicht bestätigt worden sind vom Senat. Und deswegen kam sowohl 2009, also kurz nach Barack Obamas erster Wahl, der Vizepräsident Joe Biden und jetzt wieder Joe Biden statt des Außenministers John Kerry, der ist zwar gerade noch bestätigt worden, aber bei diesem Vorplanungszeitraum einer Konferenz konnte man darauf nicht setzen. Und auch der Verteidigungsminister Chuck Hagel, der Designierte, ist ja noch gar nicht bestätigt worden. Um den gibt es einen ziemlich heftigen Streit im Nominierungsverfahren. Also Joe Biden kommt und erzählt uns, wie wichtig wir, wenn ich jetzt mal wir sagen darf, als Europäer sind, ernannte Europa, die ist ein indispensable Partner of the United States, also ein völlig unverzichtbarer Partner, the partner of first resort, also der Partner, den man sich zuallererst wendet, wenn man überhaupt mal einen Partner braucht. Warum waren solche Worte überhaupt nötig? Das hat etwas mit einer Verunsicherung in Europa zu tun. Das hat dann vielleicht mehr mit der Psychologie als mit der Substanz zu tun, denn ich sage das ganz offen und ehrlich, ich persönlich bin die ganze Zeit schon der Überzeugung, dass Europa der wichtigste, in jeder Hinsicht wichtigste Partner Amerikas ist und auch noch viele Jahre bleiben wird. Aber wir haben seit etwa anderthalb Jahren, knappen anderthalb Jahren, eine größere Debatte, ob Amerika sich von Europa abwendet und dem Pazifik zuwendet. Und nach meiner Meinung ist das vor allem eine Selbstvertrauenskrise Europas und weniger eine tatsächliche Krise der amerikanischen Sicht auf Europa. Die ist es auch, da werde ich auch gleich noch was zu sagen, aber von der Gewichtung her, finde ich, hat es sehr viel mit europäischen Selbstzweifeln zu tun, durch die Euro-Krise, durch generell die innere Krise beim Weiterentwicklungsprozess der Europäischen Union, aber natürlich auch in den vielen internationalen Krisen, die wir erleben, mit den Zweifeln Europas, wie viel es wirklich an Hardware und Software zu den Lösungen solcher internationaler Krisen beitragen kann. Der Anlass, der Auslöser dieser Debatte wendet sich Amerika von Europa ab und dem Pazifik zu, bei einem Besuch des Präsidenten Barack Obama in Australien im November 2011. Und von dem ist vor allem ein Satz in Erinnerung geblieben, dass the United States are a Pacific Nation, sie sind eine pazifische Nation. Er hat gar nicht gesagt, wir sind jetzt keine europäische Nation mehr, sondern in Zukunft eine pazifische, aber es wurde so interpretiert. Das war damals, finde ich, ziemlich überrissen und daher mein mehr psychologischer Ansatz der Erklärung, denn Amerika war schon immer oder jedenfalls seit 100 Jahren eine pazifische Nation. Bitte vergessen Sie nicht in Europa, wo wir immer so eurozentrisch denken, der Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg, also vor über 60 Jahren, geschah im Pazifik, nicht in Europa. Die Vereinigten Staaten sind nicht wegen der Konzentrationslager oder wegen Hitlers Angriff auf Russland oder Hitlers Angriff auf Frankreich oder Polen in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Sie sind eingetreten, als die Japaner Pearl Harbor angegriffen haben, ihre Marinebasis im Pazifik. Und auch sonst hat Amerika, soll ich nur Stichwort Vietnam sagen, oder andere Indochina-Kriege, Amerika hat eine wichtige Bedeutung und hat geostrategische Ziele im Pazifik. Welcher Art die sind, will wir sicher auch gleich noch drüber reden, aber jetzt erst mal den Eingangsstatement Europa im Zentrum. Also meiner Meinung nach war das damals überrissene Interpretation. Amerika wendet sich von Europa ab und dem Pazifik zu. Das wurde auch argumentiert damit, dass die Amerikaner sagten, dass sie ein Gegengewicht gegen China dort bilden wollen, dass die US-Soldaten nach Darwin, Australien verlegen. Wie schön fand ich immer Darwin. Also Darwinismus. Also wer sich da sozusagen entwicklungstechnisch besser durchsetzt, kann man ja auf verschiedene Ideen kommen. Sind aber nur 1500 Soldaten, die dorthin verlegt werden. Sie haben eine Frage, spreche ich zu schnell, oder? Ja, und zwar zu Japan. Also der Vorweiter ist die Öl-Erfahrung. Wenn man zum Beispiel, wenn die USA Öl anbietet, und wenn man nur die USA Öl anbietet, inhaltliche Fragen können wir vielleicht nacherklären, wenn wir jetzt reine Verständnisfragen sind, oder jemand mich akustisch nicht versteht. Aber sonst würde ich vorschlagen, wir machen erstmal die Eingangsstatements, geben auch Silke Tempel die Gelegenheit, und dann kommen wir sicher in die Debatte, wenn Sie erlauben, dass ich Sie da noch um etwas Geduld bitte. Also, Barack Obama hält diese Rede in Europa eine gewisse Zutrauens-Selbstvertrauens-Krise. Warum bin ich der Meinung, dass das unzutreffend ist? Wir Europäer sind wichtiger für Amerika, als wir uns das selber eingestehen, und wie wir uns vor allem in diesen Zeiten der Selbstbesinnung, der Krise, der inneren Krise, der Euro-Krise, das eingestehen. Die nackten Zahlen nach wie vor. Ich verstehe, dass alle auf Asien schauen, wegen der Wachstumszahlen. Also, wo ist im Moment die Dynamik, die Wachstumsdynamik am größten? Im Zweifel in Asien. Aber prozentuale Wachstums, also Wachstumsprozente, hängen ja auch von der Ausgangsbasis ab. Ich will jetzt gar nicht Asien und China verkleinern, aber wenn ich jetzt einen Euro hier auf den Tisch lege, und einen zweiten Euro dazu tue, dann sind das 100% Wachstum. Wenn ich hier einen 100-Euro-Schein liegen habe, und den gleichen Euro dazu tue, dann ist das 1% Wachstum. Also, das Verhältnis, das Wirtschaftsverhältnis über den Pazifik ist wesentlich größer immer noch als das zwischen Amerika und Asien. 50% des Weltsozialprodukts werden den USA und der EU geschaffen. Wir sind zusammen in den USA 310 Millionen Menschen, in Europa 420. Also, wir kommen auf etwas über 700 Millionen Menschen von 6 Milliarden. Produzieren aber die Hälfte des weltweiten Bruttosozialprodukts. Wenn Sie sich anschauen, wo die internationalen Investments hingehen. Direct Foreign Investment. Und das ist ja eine Zukunftsentscheidung. Man investiert dort, wovon man glaubt, dass noch in ein paar Jahren die Musik spielt. 60-70% des weltweiten Foreign Direct Investment fließen in die USA und in die Europäische Union. Nicht nach China, Indien, Japan, Korea. Dort fließt auch viel hin und es wächst dort, aber die wirklich zentralen, großen Beträge fließen nach wie vor hier. Research and Development, Forschung und Weiterentwicklung. Wo werden die neuen intelligenten Produkte erfunden? 70% der weltweiten Forschungsausgaben werden in den USA und in der Europäischen Union getätigt. Nicht in Asien, China, Indien und so weiter. Ich will ja nicht zu polemisch sein, aber ich stelle die Frage immer wieder und kriege dann manchmal Kopfschütteln oder ich sei irgendwie arrogant oder so. Aber es ist eine ernst gemeinte Frage. Welche wirklich wichtigen Zukunftserfindungen der letzten fünf Jahre sind in Asien gemacht worden? Es gibt bestimmt welche, denn ich sage ja, es sind nur 60-70% des weltweiten Research, der hier stattfindet. Aber mir fällt nicht auf Anhieb was ein. Wenn man an intelligente Produkte wie das iPad denkt oder so, die werden in Amerika erfunden, die werden dann in China gefertigt und vielleicht mit Chips aus Korea und sie werden woanders zusammengebaut. Aber sozusagen die reine intellektuelle Leistung der Entwicklung dieser Geräte oder der Entwicklung moderner Werkstoffe findet nicht notwendig auch dort statt, wo sie dann weiterverarbeitet werden und wo dann die Wertschöpfungskette beginnt und dann auch billigere Preise, wenn China exportiert. Es ist aber keineswegs nur die Wirtschaft. Es gibt nirgendwo auf der Welt eine solche Wertegemeinschaft wie über den Atlantik, eine solche Militärgemeinschaft wie die NATO gibt es sonst nirgends. Und natürlich ist die amerikanische Geschichte stützt sich im Wesentlichen auf die Vorläufer der europäischen Geschichte. Nicht auf das, was verändert sich. Amerika ist ein Einwanderungsland, inzwischen auch sehr stark aus Süd- und Mittelamerika. Auch aus Asien kommen sehr viele Leute inzwischen dorthin. Aber sozusagen die Geistesgeschichte Amerikas wird immer noch dominiert vom europäischen Erbe und nicht von anderen Kontinenten. Also wenn das alles so selbstverständlich sein müsste, wenn man nur die Zahlen kennen würde, warum war dann Bidens Rede überhaupt nötig? Warum musste der das sagen, dass wir sie in Dispensable Partner sind und sie Partner of First Resort? Das hat eben mit dieser Zutrauenskrise zu tun, mit der Selbstvertrauenskrise in Amerika und Europa. In Europa ist es die Euro-Krise und meiner Meinung nach hat Amerika diese Euro-Krise nicht sehr gut verstanden. Das ist eines der Beispiele, wie wenig Amerikaner die innere Entwicklung Europas verstehen. Die EU ist viel zu kompliziert, das können Sie nicht nachvollziehen, dazu werde ich gleich noch was sagen. Und umgekehrt können wir vieles, was in Amerika in den letzten Jahren vor sich gegangen ist, nicht richtig verstehen. Da will ich jetzt gar nicht über Schulmassaker und das Waffenrecht reden. Das wären auch schöne Beispiele, wo wir Amerika sicher nicht verstehen. Wenn es um das Wirtschaftliche geht, fällt einem als erstes die Schuldenkrise Amerikas ein. Die hohe Verschuldung und dass Sie das nicht hinkriegen, einen glaubwürdigen Einstieg in ein Abbremsen, dieses Schuldenzuwachs zu finden und vielleicht auch mal den Schuldenabbau dann in einer weiteren Stufe. Europäer verstehen Amerika nicht, Amerikaner verstehen Europa sehr wenig oder jedenfalls nicht, was die wirklichen Beweggründe sind. Man hat dort nicht die großen Zuwachsraten und deswegen spielt Asien, hat einen größeren Fokus, spielt eine wichtigere Rolle in dem, was Amerika diskutiert, als Europa. Trotz dieses großen Gewichts auf den Zahlen, das ich versucht habe, auf eine nachvollziehbare und überzeugende Art ihn vorzuführen. Und die letzten zwei, drei Punkte. Warum ist das so? Warum entwickelt sich das so? Was denkt denn Amerika, wenn es an Europa denkt? Etwas leicht polemisch überspitzt würde ich immer noch sagen, die denken mehr an die NATO als an die EU. Das gilt vor allem für Republikaner, es gilt zum Teil aber eben auch für die Demokraten. Für Republikaner ganz besonders ist, wenn sie an Außenpolitik und wo können wir Partner einsetzen, die denken da vor allem militärisch und deswegen sind die stark NATO fixiert und weniger EU fixiert. Der zweite Grund, warum das so ist, die Europäische Union ist sowieso schwer verständlich, auch für uns. Ich meine, wer von uns kann wirklich sagen, wie dieses alles funktioniert und wie da die Kreise in, ja natürlich gibt es Leute im Raum, die das können, da habe ich gar keinen Zweifel, aber generell sozusagen die breite Öffentlichkeit, es ist halt ein sehr theoretisches und schwer nachvollziehbares Ding und es entspricht den Amerikanern wieder von der psychologischen Motivation nicht. Amerika ist ein Nationalstaat. Nationalstaaten haben Interessen und man verteidigt diese Interessen, das ist ganz normal. Man verteidigt seine Macht, man möchte nicht an andere Einfluss abgeben. Was die Europäer machen, freiwillig Entscheidungskompetenzen an eine supranationale Ebene abzugeben, das tut man doch nicht. Warum sollte man das tun? Warum sollte man der Mehrheit von Nachbarstaaten erlauben, über unsere eigenen inneren Verhältnisse zu entscheiden? Oder jedenfalls ein hohes Mitspracherecht zu haben? Das widerspricht einfach der amerikanischen Staatsidee. Das tut man doch normalerweise nicht. Wenn man selber entscheiden kann, entscheidet man selber und gibt das nicht an andere Leute ab. Und schon gar nicht an eine so schwer vorstellbare, supranationale Organisation wie die Europäische Union. Ein ähnliches Verhältnis haben die Amerikaner zu den Vereinten Nationen. Die haben sie mitgegründet 1947. Das ist eine amerikanische Erfindung gewesen, aber die Skepsis ist ganz, ganz groß. Das ist diese große Organisation, wo irgendwie die Diktaturen die Mehrheit über die Demokratien haben, wo nichts funktioniert, wo Libyen im Menschenrechtsausschuss sitzt und Teheran die Frauenkommission führen darf. Das sind jetzt nicht erfundene Beispiele. Das ist so in den Vereinten Nationen. Mit der Europäischen Union ist es nicht ganz so schlimm, aber dennoch, man versteht es nicht. Was soll das alles? Es ist viel zu kompliziert. Wenn beim Nahostquartett zum Beispiel, wenn es um den Nahostfrieden geht, dazu gehören ja die USA, Russland, die Europäische Union und die Vereinten Nationen, man wendet sich an die nationalen Außenminister. Die europäische außenpolitische Stimme, die sitzt da wie so ein Blumenschmuck mit am Tisch. An die stellt man keine Fragen in Amerika, weil man einfach gar nicht weiß, was man von der wollen soll. Also es gibt generell dieses Problem des Europaverständnisses und es gibt es jetzt ganz verschärft in dieser Frage, wo spielt die Musik in der künftigen Welt und wie sollen wir mit diesem Europa und wie sollen wir mit dem Pazifik umgehen. Letzter Punkt. Es gibt ja jetzt ein Projekt, an dem wir dann ablesen können, wie diese Gewichte verteilt sind. Joe Biden hat das vorgestellt. Das ist nicht neu. Wir reden darüber eigentlich schon seit anderthalb Jahren, nur findet es in der Öffentlichkeit kaum statt. Das Projekt eines breiten transatlantischen Partnerschafts- und Freihandelsabkommens. Das umfasst theoretisch sehr viele Bereiche. Man kann fragen, wieso Freihandel? Wir haben doch längst nahezu alle Zölle abgebaut zwischen NAFTA, also der nordamerikanischen Freihandelszone und der Europäischen Union. Ja, im Wesentlichen schon, aber es gibt immer noch Handelsbarrieren, zum Beispiel durch Standards. Angenommen, ein europäischer Autobauer möchte ein Auto in Europa und Amerika verkaufen, dann muss er das zweimal zulassen. Und die beiden Nationen oder die beiden Kontinente haben unterschiedliche Vorschriften gegen Branddämmung für Kindersitze, wie die Scheinwerfer aussehen müssen, wie der Tank geschützt sein muss. Es wäre sozusagen viel, viel billiger, wenn wir einfach sagen würden, die Europäer haben hohe Standards, die Amerikaner haben hohe Standards, die Tankdämmung, die in Europa okay ist, ist, wenn sie in Europa zugelassen ist, auch für Amerika okay. Und wenn die Amerikaner sagen, dieser Kindersitz ist in Ordnung, dann darf der eben auch in Europa verkauft werden. Das würde den Wettbewerbern sehr, sehr viel Geld ersparen. Da gibt es natürlich doch auch welche, die gar nicht daran interessiert sind, dass der Wettbewerber billiger auf den eigenen Markt kommt. Aber das nur mal unten drunter. Es gibt Probleme im Agrarbereich, weil in beiden Kontinenten der Agrarbereich stark subventioniert wird, auf unterschiedliche Weise. Aber für die Europäische Union ist es uns ja bekannt. Auch in Amerika gibt es eine ganze Menge Farm Subsidies. Und das ist ein Problem, wie man damit umgeht. Und dann gibt es natürlich besondere psychologische Themen. Ich sage nur mal GMO, also genveränderte Saatgute oder Lebensmittel. Da haben wir Europäer eine ganz große Besorgnis, Bedenken dagegen. Und die Amerikaner, muss man sich mal überlegen, die das nicht so bedenklich finden, die würden natürlich sagen, ein Moment mal, entweder volle Marktzulassung in beiden Richtungen oder gar nicht. Also ihr könnt das nicht aussparen. Das wird damit natürlich zum politischen Problem. Und das habe ich jetzt nur alles angetippt. Es gibt dann auch ein politisches Problem darüber hinaus, ein organisationspolitisches Problem. Eigentlich wollen die Industrieverbände mit kleinen Ausnahmen, also von Ländern, von Industriebereichen, die sich gerne schützen wollen. Aber generell wollen die Industriebereiche auf beiden Seiten dieses Abkommen haben. Sie wollen diese Erleichterung bekommen. Man schätzt, dass das bis über ein Prozent Wachstum auf beiden Seiten des Atlantiks auslösen kann. Und in Zeiten, in denen wir im Moment sind, mit einer Wachstumskrise, wo die üblichen Ankurbelungen von Wachstum bereits ausgeschöpft sind, man kann nicht mehr vielstaatliche Konjunkturprogramme machen. Die Staaten sind überall schon viel zu hoch verschuldet, als dass sie das selber in die Hand nehmen können. Man kann auch nicht mehr die Zinsen runtersetzen. Die Zinsen sind überall bereits schon nahezu bei Null. Es bleibt also nur so etwas als Wachstumsankurbelung, dass man sagt, es muss sozusagen aus dem Produktionsprozess heraus selbst kommen. Es müssen die Kosten heruntergefahren werden. Und das würden eben die Beseitigung von Handelsbarrieren würde Kosten senken. Das ist auch eine Art von Wachstumsankurbelung, würde beiden Seiten nutzen. Wir kommen zu den Fragen hinterher. Ja, können wir das vielleicht nachher diskutieren? Ich meine, ich finde das, muss ich jetzt wirklich sagen, ich finde das nicht so ganz höflich, wenn wir diskutieren. Ich werde gerne nachher Ihre Argumente anhören, aber vielleicht dürfen wir das erst mal vortragen. Und dann kann man ja eingreifen in die Debatte. Also, da gibt es starke Interessen, aber eben auch starke Hindernisse. Das beliebteste Hindernis, das die Kanzlerin gerne nennt, sind die Hygienevorschriften für das Schlachten von Hähnchen. Die Amerikaner machten das nämlich mit Chlor, während wir andere Vorschriften haben, wie man das Hähnchenschlachten hygienisch einwandfrei macht. Und dann sagen die Politiker immer, dass wir letzten Endes ein Abkommen daran scheitern könnte, dass wir uns nicht darauf einigen, wie wir Hähnchen schlachten. Das kommt uns dann relativ absurd vor, wenn es um Wachstumsmöglichkeiten von bis zu einem Prozent geht. Und das allerletzte Hindernis, das politisch-organisatorische. Letzten Endes ist es eine Frage des Willens. Wenn man den politischen Willen hat, dass man das erreichen will, dann kann man Kompromisse schließen. Wenn man aber nicht glaubt, dass der Partner auf der anderen Seite diesen politischen Willen hat und tut, was nötig ist, damit es zu den Kompromissen kommt, dann fragen sich halt Politiker, ob sie selber das Risiko eingehen wollen. Und in der Situation sind wir. Und deswegen spielt die vorher beschriebene Zutrauenskrise eine so wichtige Rolle. Die Amerikaner sagen letzten Endes, wir wollen mit der EU was verhandeln. Die haben 27 Einzelstaaten. Können die sich überhaupt auf das Verhandlungsmandat einigen? Und wenn wir dann mal ein Verhandlungsmandat haben und monatelang gesprochen haben und dann kommt ein Kompromiss, der Griechenland hier wehtut, Spanien wegen was wehtut, den Deutschen wegen was wehtut, werden die dann alle über ihren Schatten springen oder beginnt dann wieder die Debatte, die 27 können sich nicht einigen? Amerika hat kein hohes Zutrauen, das Europa liefern kann, wenn es darauf ankommt. Und deswegen ist die große Frage, welche Risiken der amerikanische Präsident eingehen wird, ob er sozusagen sich selber persönlich hinter diese Idee stellt oder nicht. Und die Europäer sagen umgekehrt, wir würden ja schon, aber Obama, der redet doch dauernd vom Pazifik, der redet doch gar nicht vom Atlantik. Wieso sollen wir dem eigentlich glauben, dass der das, also der kann am Ende nicht liefern, nicht? Und dann kommen Hinweise darauf, mit welchen Mehrheiten internationale Verträge im US-Senat verabschiedet werden müssen. Dann kann man durchzählen, wie viele dieser Senatoren aus Agrarstaaten stammen, also Agrarsubventionsinteressen haben. Man kann also von beiden Seiten sehr viele Zweifelsfragen stellen, ob es am Ende wirklich politische Priorität haben wird. Und dann ist dieses Zögern, wenn ich nicht glaube, dass die anderen das prioritär behandeln. Warum soll ich politische Risiken eingehen? Und das halte ich im Moment für das größte Hindernis bei der ganzen Angelegenheit, ob wir dahin kommen. Wir haben also sehr, sehr schöne Worte von Joe Biden in München gehört. Wir haben ein klares Commitment des Vizepräsidenten zu diesem Projekt gehört. Aber wir wissen noch nicht so richtig, ob es auch das Projekt des amerikanischen Präsidenten ohne Vize vorneweg sein wird, wenn er im Sommer nach Europa kommt, zum G8-Treffen und möglicherweise bei dieser Gelegenheit auch nach Berlin kommen wird. Und dann freundlicherweise schon darauf hingewiesen worden, über die Erwartungen an die zweite Amtszeit habe ich ein Buch geschrieben, das ist neu. Und vor allem über dieses spezielle Verhältnis zu Europa und das Unverständnis, das ist in dem Buch, das im vergangenen Jahr erschienen ist, Was ist mit den Amis los? Warum sie an Barack Obama hassen, was wir lieben? Unter anderem ein Kapitel, was sie an Europa nicht verstehen. Wenn Sie das nachher interessiert, ich habe auch ein paar dabei und kann sie Ihnen auch signieren. Und ansonsten würde ich mich jetzt freuen auf die Gegenreden von oder Ergänzungsreden von Silke Tempel. Vielen Dank, Christoph von Marschall. Für diese pointierten Ausführungen zur Psychologie des transatlantischen Verhältnisses zur dahinterliegenden Politik. Und Silke Tempel, wie sieht es aus? Dreht sich die Weltpolitik dann doch noch nur um das transatlantische Verhältnis? Das ist eigentlich alles in Butter, nachdem Joe Biden uns das signalisiert hat, was sollen wir von Amerika erwarten und was wollen wir vor allen Dingen als Europäer wollen? Das ist jetzt ein bisschen politisch unkorrekter Begriff, der mir vor einiger Zeit mal eingefallen ist und der schon auf eine zumindest eine einheitliche Meinung mit Christoph von Marschall hinweist. Ich habe das mal genannt, ich hoffe, ich drehe keinem auf die Füße, aber ich kann das sagen, eine Blondinenkultur, wenn in einem Kopf immer nur ein einziger Gedanke passt. Ja, die Amerikaner sind eine atlantische und eine pazifische Nation und wenn sie sich dem Pazifik zuwenden, heißt das nicht notwendigerweise, dass sie sich vom Atlantik abwenden würden. Sie wissen schon noch, dass sie zwei Küsten haben. Und Christoph von Marschall hat vollkommen recht, das geht nicht nur zurück bis zum Zweiten Weltkrieg, wenn sie sich mal länger in Kalifornien aufgehalten haben, dann wissen sie, dass bis in die Kultur hinein, dass ein unglaublich asiatisch und lateinamerikanischer Staat ist, der immerhin, wenn es ein Einzelstaat wäre, die achtgrößte Wirtschaft wäre, also schon eine Bedeutung hat für die USA. Und selbstverständlich gibt es nach wie vor noch die Ostküste, die unter Umständen noch mal eher nach Europa guckt. Es ist schon immer ganz interessant, die Münchner Sicherheitskonferenz so ein bisschen als Stimmungsbarometer herzunehmen. Und als Joe Biden seine Rede gehalten hat, und das war natürlich auch diejenige mit dem höchsten Glamour-Aufwand, da kommen die meisten dann nicht nach. Das ist ja schon immer noch mal das ganz Interessante, dass wir alle sagen, wir wissen alle, wir haben es mit neuen Mächten zu tun und so weiter und so weiter. Aber wenn ein hoher amerikanischer Politiker irgendwo ankommt, dann sollten sie mal sehen, wie die 400, 500 wichtigsten Entscheidungsträger aber stramm stehen, damit die tatsächlich um neun Uhr im Konferenzsaal sind und nicht ein Fitzelchen einer Rede verpassen, von der wir sagen, da ist alles gesagt worden, was man so sagt auf einer Konferenz, das war jetzt nicht so wahnsinnig weiter, überraschend. Aber so nach fünf Minuten dachte ich auch, wie schaffen dies immer nur die Amis? Sie kriegen einen Saal im Nu, haben sie den in der Tasche, they charm their pants off in five minutes. Also das gelingt ihnen immer ganz fantastisch. Anders als im vergangenen Jahr war der Glamour-Faktor eben nur durch Joe Biden vertreten. Im vergangenen Jahr war Hillary Clinton da und Leon Panetta und das war natürlich noch mal außergewöhnlich, dass Verteidigungs- und Außenminister, Ministerin, damit wir auch schön dabei bleiben, da waren. Aber die Versicherungsreden waren im Grunde genommen ganz ähnlich und während Biden so seine Rede hielt, dachte ich mir auch so, ist das jetzt eigentlich ein, ist das jetzt Reassurance, ist das jetzt eine Versicherung oder ist das eigentlich ein verzweifelter Appell und wenn es Letzteres ist, von welcher Seite nach welcher Seite geht der Appell? An einen selber, die Europäer sind nach wie vor wichtig oder ist es an die Europäer, versteht es doch endlich, dass ihr wichtig seid? Nicht gesagter Nachsatz, dann müsst ihr aber auch mehr dafür tun, dazu komme ich dann gleich. Was sich Gott sei Dank in dem Verhältnis wesentlich verbessert hat, ist im vergangenen Jahr war dieser Schreck über den Pivot to the Pacific in dieser sogenannten außenpolitischen Community sehr viel größer. Da war plötzlich wirklich, was lassen die uns jetzt alleine? Geht es jetzt wirklich nur noch um Pazifik? Geht es jetzt um China oder was ist mit den transatlantischen Beziehungen? Das hatte gar nicht so sehr mit dieser Rede zu tun, sondern tatsächlich genau mit den Verunsicherungen, die Christoph von Marshall angesprochen hat. Die USA, es wurde beständig darüber geredet, dass die USA eben im Untergang begriffen seien, the US in decline. Das hat man hier in Teilen der Medien mit so einer ganz leichten Helme aufgefasst, aber im Großen und Ganzen auch mit einer enormen Unsicherheit, weil das im Nachklang einfach auch immer bedeutet, wer gibt denn dann die Sicherheitsgarantien für bestimmte Dinge? Wer gibt denn dann auch die Sicherheitsgarantien für gesicherte Handelsrouten am Ende im pazifischen Raum und so weiter und so weiter? Wer wird denn dann im Großen und Ganzen Probleme, die auftauchen, mehr oder weniger zu unserer Zufriedenheit, so wie wir es wünschen oder ganz anders, als wir uns wünschen würden, lösen? Wir haben ja, und das ist ja eines der großen Probleme, zwar neue Mächte, die sich nicht die Emerging Countries nennen, auch bei dieser Sicherheitskonferenz wieder, sondern die Re-Emerging Countries, also diejenigen, die eigentlich immer schon Platz hatten, die eine Weile während des Kolonialismus verloren haben und jetzt eigentlich wiederkommen, aber von diesen Ländern hören wir ja eigentlich nicht viel, was sie sich an Ordnungsvorstellungen so denken, sondern das ist im Grunde genommen ja immer nur die Aufforderung, wir wollen mit den Großen mitspielen, weil wir selber Große sind, aber wir teilen eigentlich so richtig nicht mit, was wir möchten. Wir möchten auf Augenhöhe reden und das ist dann immer schon die Hauptaufforderung. Das heißt, die große Angst, dass dahinter ein sicherheitspolitisches Vakuum lauert, die ist schon da. Die ist auch immer noch ein Stück da, aber was sich wirklich auch verändert hat, ist diese unmittelbare Aufregung, die eben durch dieses ganze US in decline und die wirtschaftliche Situation der USA, die USA im Niedergang und so weiter entstanden waren, aber eben selbstverständlich auch durch die Euro-Krise. Denn sowohl die Europäer haben so ein bisschen vertrauensvoller geklungen, was die Euro-Krise betrifft, als auch die USA. Die Europäer können durchaus sagen, wir haben es noch nicht gänzlich hinter uns, aber meine Güte, erinnern Sie sich dran, ich habe damals sehr gelacht, vor ein paar Monaten hat George Soros im Spiegel noch in aller Ernsthaftigkeit behauptet, in vier Tagen wäre es mit dem Euro vorbei. Und vier Tage vergingen und keiner ging her und Herr George Soros diese Spiegelausgabe um die Ohren geklatscht. Was er eigentlich verdient hätte, dann die Märkte in eine dermaßige Aufregung noch mal wieder zu versetzen, ohne hinterher die Verantwortung zu übernehmen, für die ist schon recht bekannt. Also da war das Selbstbewusstsein etwas größer. Auf der europäischen Seite immer wieder dieses, wir können mit Sicherheit sagen, dass wir das Projekt Euro so schnell nicht den Bach runtergehen lassen und wir tun einiges, um es zu sichern. Auf der amerikanischen Seite war mein Eindruck schon der, wir sehen, dass es unter Umständen geht und das hätte man vor einem Jahr nicht gedacht. Wenn Sie vor einem Jahr die amerikanischen Zeitungen aufgeschlagen haben, hätten Sie gedacht, nicht nur der Euro, sondern das ganze Projekt Europäische Union geht den Bach runter. Die Kluft in der Wahrnehmung zwischen Europa, mit Ausnahme Großbritanniens, was in diesem Fall völlig im Angloraum gewesen ist und den USA war riesig. Ich weiß, jeder amerikanische Besucher, der hier herkam, hat mich gefragt, wann denn der Euro zusammenbrechen würde. Als ich gesagt habe, ich würde mein Geld weiterhin gerne auf den Euro verwetten, haben die mich immer völlig fassungslos angeguckt. Umgekehrt hatten wir natürlich jetzt wesentlich mehr Sorgen, was das sogenannte Fiskelcliff der Amerikaner betrifft und selbstverständlich diese hohe Verschuldung. Aber diese enorme Aufregung war so nicht mehr zu spüren. Um aber nochmal zurückzukommen zu dieser Beobachtung bei der Biden-Rede, was ist das jetzt eigentlich? Ist das gegenseitig Versicherung? Ja, das ist es. Das tut man auch bei solchen Konferenzen. Man versichert sich bei einer transatlantischen Konferenz natürlich auch gegenseitig, wie wichtig man sich ist und vieles davon, das muss ich jetzt alles nicht nochmal wiederholen, ist auch vollkommen richtig. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es gab in der vergangenen Zeit eine Libyen-Entscheidung, bei der Deutschland ausgeschert ist. Es gab ganz klare Anzeichen, dass Großbritannien und Frankreich auch solche Geschichten ohne den Einsatz der USA am Ende nicht wuppen können. Das, was in Libyen eingesetzt worden ist, stammt zu großen Teilen aus amerikanischen Arsenalen. Und wenn es zum Thema Sicherheitspolitik geht, dann ist dort eine Sorge, ich möchte es fast eher sagen, fast eine frustrierte Ermüdung der Amerikaner und eine Forderung schon sehr genau zu spüren. Also, ich weiß gar nicht, Christoph, wie oft haben wir das gehört, wir in München, egal in welchem Panel, we need each other because we can't do it alone. Das war der Standardsatz, den Sie in zweieinhalb Tagen eigentlich auf fast jedem Panel gehört haben. Und das Interessante daran war, dass schon in der nächsten Diskussion ganz klar wurde, dass wir auf sehr, sehr vielen Gebieten eigentlich gar nicht richtig wissen, wie wir es anpacken sollen. Das fängt mit Freihandel an, wo wir uns im Chlorhühnchen oder Chloreinsatz bei der Schlachtung von Hühnchen nicht einigen können. Und wenn Sie das bedenken, in 60 Jahren transatlantischer Partnerschaft ist es bis heute nicht gelungen, ein solches transatlantisches Freihandelsabkommen abzuschließen. Das ist eigentlich absurd. Das geht hin bis zu der Frage, wer steigt eigentlich wie in Verteidigungsfragen ein. Ist es die EU? Die Franzosen möchten das. Die Briten möchten es nicht so gern und die Deutschen wissen nicht, was sie wollen. Oder wird es eher NATO sein? Das ist natürlich genau der Mechanismus, der den Amerikanern am ehesten passt. A, haben wir da die Türken mit dabei, das ist ihnen wichtig. B, sind da Mechanismen etabliert, die schon vorhanden sind. Das heißt, bei dieser gesamten Frage, wir wollen gerne mehr miteinander machen, wir müssen es auch miteinander machen, sehen Sie an allen Ecken und Enden, wie es knirscht und wie im Grunde genommen auch an die Europäer die Nachfrage kommt, was seid ihr denn bereit beizutragen? Do you get your act together? Und das ist nicht nur die Schwierigkeit, selbst ich glaube schon, dass man im politischen Establishment in Washington ist man doch nicht zum ersten Mal mit der EU konfrontiert. Man weiß, wie schwierig das ist, wobei man, glaube ich, nochmal anders redet, wenn man im unmittelbaren Prozess weiß, dass man im Zweifelsfall Kompromisse finden muss zwischen 27 Mitgliedsländern oder auch nur zwischen einem schmaleren Kreis von Mitgliedsländern. Kompromisse sind immer nicht so ganz einfach, aber auch die USA sind ein sehr föderalistischer Staat, so ein bisschen was davon dürfte Ihnen bekannt sein. Es ist nur, dass in den wirklich wesentlichen Angelegenheiten und dazu gehört schon auch die Verteidigungspolitik, den Amerikanern nicht klar ist, in welche Richtung soll es denn gehen. Denn so sehr das Projekt mitbegleitet wird, dass man Souveränität aufgeht, so sehr beobachtet man natürlich auch, dass es genau in diesem Bereich eigentlich gar keinen klar vorgezeichneten Weg gibt. Und es wird Sicherheitsaufgaben geben, in denen sich die Amerikaner unter Umständen in der nächsten Zeit zurückziehen. Also eines der ersten Panel am zweiten Tag, das ist immer der vollste Tag, war mit das Spannendste. Und da geht es um Themen, die Heinrich Böll natürlich auch sehr beschäftigen. Es gibt auch schon einen ganzen Bericht dazu und das ist Shellgas, also Schiefergas und unkonventionelle Förderungen von Schiefergas. Und das ist vollkommen klar, dass selbst wenn die höchsten Erwartungen an das, was da an Erdgas gefördert wird, vielleicht nicht eintreffen, sich die geopolitischen Grundlagen enorm ändern werden. Die USA sind mehr oder weniger auf dem Weg zu einer Petronation zu werden, wenn man es jetzt mal ein bisschen übertreibt. Das heißt, das wird geopolitische Konsequenzen haben. Das kann sein, auch wenn der Energiekommissar das auch gemacht hat und den Europäern nochmal versichert hat, wir werden uns weiterhin um Sicherheitsinteressen in der Straße von Hormuz kümmern, wo die Europäer den größten Teil ihrer Energie beziehen. Wir werden uns da nicht zurückziehen, aber es heißt schon, dass es durchaus sein kann, dass die Amerikaner sich ein bisschen mehr auf sich selbst besinnen und dass die Frage kommt, wo und wie und mit welchen Mitteln wollen wir uns eigentlich engagieren. Das heißt, dass die Rede vom Decline of America in der nächsten Zeit wahrscheinlich vorbei ist, aber das heißt noch nicht, dass dieses Engagement bleibt. Und mein Eindruck war, dass man immer so ein bisschen auf Europa guckt und sagt, und ihr jetzt? Was seid ihr eigentlich bereit, in die Waagschale zu werfen? Wo seid ihr bereit, euch zu engagieren? Mali beobachtet man sehr genau. Man wird sehen, wie weit hier Mittel aufgewendet werden, um einen Staat in einer gewissen Weise zu stabilisieren, wie lange man dort bleibt. Man hat Afghanistan sehr genau beobachtet und selbstverständlich sind dort nochmal NATO-Strukturen gestärkt worden. Das sagt jeder, mit dem man redet. Aber es sind NATO-Strukturen, nicht unbedingt EU-Strukturen. Und man wird in der nächsten Zeit schon sehr genau gucken, was die Europäer bereit sind zu geben. Und ich sehe eigentlich auf europäischer Seite nicht wirklich klare Ideen, wie man dieses We have to act together, we have to stand together mit der nächstfolgenden Frage But how exactly, wie man das beantworten will? Vielen Dank, Silke Tempel. für die Ausführung über die geopolitischen Veränderungen, die uns vor ein mögliches sicherheitspolitisches Vakuum stellen, von dem die Europäer noch nicht ganz wissen, ob sie bereit sind, etwas zu tun, damit das Vakuum uns nicht ganz umschließt. Es deutet sich eben schon an, es gibt einige Fragen im Publikum. Wenn Sie so nett sind, sich kurz zu identifizieren, vorzustellen und dann Ihre Frage kurz und pointiert zu stellen. Wir freuen uns auf Fragen und Beiträge. Wer möchte anfangen? Ich habe eine konkrete Frage und zwar die Bedeutung der Zuwanderungsgeschichte der Menschen in Amerika auf ihr kollektives Bewusstsein. Es gibt ja den Satz der Amerikaner, die Amerikanerin ist so der erste universelle Mensch, dessen Zuwanderungsgeschichte möglicherweise keine Rolle mehr spielt. Aber es kann ja auch sein, dass die Eliten mit dem europäischen Hintergrund oder Ursprung, nämlich der weiße, anglosachse, protestantische Mensch oder eben der emigrierte Jude, dass eben diese Eliten einen Einfluss verlieren durch Veränderung in der Bevölkerung, dass eben Menschen mit einer anderen Zuwanderungsgeschichte, nämlich aus Lateinamerika oder eben aus Asien, in der zusammensetzenden Bevölkerung ein größeres Gewicht bekommen. verändert sich dadurch das Bewusstsein oder ihre Ausrichtung der Menschen. Es muss nicht so sein, aber die Frage, ob es so etwas gibt und ob sie so etwas annehmen, wenn sie sagen, es ist nicht nur das Wirtschaftsgewicht und auch nicht nur die strategischen Partnerschaften über die NATO, sondern es ist möglicherweise auch so, wie die Menschen ticken oder wie sie denken oder wie sie ihren eigenen Hintergrund sehen, ob das auch zu dieser Veränderung möglicherweise beiträgt. Sehr, sehr spannende, sehr, sehr gute Frage. 2011 war das erste Jahr, in dem in Amerika mehr Nicht-Weiße als weiße Kinder geboren wurden. Sie haben inzwischen im Süden bereits einzelne Staaten, wo die Minorities die Majority sind, also die Minderheit zusammengenommen, die Mehrheit bilden und natürlich, je nachdem, wo sie hingehen in diesem riesigen Land, wir müssen uns immer die Dimensionen wieder vor Augen führen, 5000 Kilometer von der Ost- zur Westküste, 2500 Kilometer von der kanadischen Grenze bis runter nach Texas, rein flächenmäßig sind allein die kontinentalen USA doppelt so groß wie die EU der 27 Staaten. Also in Kalifornien ist ja schon angeklungen, haben wir natürlich mehr asiatische Einflüsse, in der Ostküste haben wir mehr europäische und von Süden her drängen die Hispanics. Es ist trotzdem eine offene Frage. Ich meine, generell würde ich Ihrer Überlegung zustimmen, wenn sich die Bevölkerungsstrukturen auch nach ethnischen und Herkunftskriterien so stark verändert, so dynamisch verändert, dann wird das Auswirkungen auf Außenpolitik haben oder auch Auswirkungen auf gesellschaftspolitische Grundauffassungen. Wo komme ich her? Welche demokratischen, nicht demokratischen, religiösen Tendenzen fließen da ein? Auf der anderen Seite hat Amerika es doch bisher immer wieder geschafft, aus all diesen verschiedenen Zuflüssen eine gemeinsame Identität zu schaffen. Wir haben bisher nicht das Erlebnis gehabt, dass in Amerika Einwanderungsgruppen die kollektive Identität unterminiert oder auf eine sichtbare Weise in eine ganz, ganz andere Richtung gedrängt haben. Natürlich, wenn das zahlenmäßig der Anteil zunimmt, dann ist die Frage, funktioniert der Melting Pot dann noch? Und zum Beispiel die Latino-Zuwanderung stellt diese Frage, ob die sich sprachlich zum Beispiel nicht mehr anpassen. Wenn ich aber nochmal Ihren Hintergrund jetzt, also kann die Latino-Zuwanderung, die Latinos sind die größte Minderheit und die am schnellsten wachsende Minderheit. Die sind inzwischen bei 17, 18 Prozent der Bevölkerung und die haben eine wesentlich höhere Geburtenrate als andere Minderheiten und als die Weißen sowieso. Werden die sozusagen die außenpolitische Identität oder das Bild, wo Amerika in der Welt steht, verändern? Sie tun es in dem Sinne, dass dadurch ein starker Druck entsteht, dass sich Amerika mit seinen südlichen Nachbarn auseinandersetzen muss. Aber wenn ich dann wieder noch weiter eine Spur weiter drehe, was sind denn die prägenden Einflüsse in Südamerika, in Latein- und Südamerika, letzten Endes sind es dann doch wieder christlich, europäisch getriebene oder geprägte Menschen und insofern, wenn ich das noch als kleinen Nachsatz dazu sagen darf, insofern tun sich vielleicht auch die Vereinigten Staaten mit dieser Art von Zuwanderung manchmal leichter, als sich Europa mit muslimischer Zuwanderung tut, denn das ist ja die vergleichbare soziale Gruppe, die dort hinkommt, also nicht unbedingt Leute mit einer sehr hohen, guten Ausbildung, mit sehr guter finanzieller Ausstattung, sondern das sind ja erstmal die zum Teil ungelernten Leute, die ins Land kommen, die kommen halt in Frankreich, Deutschland eher aus muslimischen Ländern und sie kommen in den Vereinigten Staaten aus der Latino-Zuwanderung, das aber im Wesentlichen katholisch, Familie ist wichtig, konservative Werte sind wichtig, durch so eine Art von Identität geprägt wird, da tut sich Amerika kulturell bis auf die Sprache, das dahin zu Unterschied, ein bisschen leichter als Europa ist, mein Eindruck. Ich würde da gerne noch was anfügen, weil das ja wirklich eine der spannendsten Fragen in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten ist. Immer wenn man die Gegenwart nicht so richtig lesen kann, kann man zwei Dinge tun, man kann sich im Department für Prophezeiungen tummeln, das tue ich nicht so gerne, oder man kann gucken, wie es in der Geschichte gewesen ist. Bei den USA finde ich immer ganz spannend, wenn sie die Frage gestellt hätten, 1923, hätten ihnen eine ganze Menge Leute gesagt, das geht nicht mit der Einwanderung. Das war kurz bevor die Masseneinwanderung gestoppt worden ist, weil es den Eliten in Amerika zu viel wurde. Und diejenigen, die sie jetzt als Eliten genannt haben, das waren damals die Außenseiter, das waren die katholischen Iren und Italiener, das waren die Juden aus Osteuropa und die störten das waspische, anglosächsische Amerika und man hat geglaubt, die kriegt man niemals integriert. Und es ist im Übrigen spannend, wenn Sie mal Geschichte lesen der Mafia in Italien, wenn man es ganz klischeehaft machen will, würde man sagen, in allen drei Gruppierungen gab es Mafiagruppen, aus den Iren sind Polizisten geworden, aus den Juden Rechtsanwälte, bei den Italienern bin ich mir nicht ganz so sicher. Das Spannende an der Geschichte ist, und wir vergessen dabei auch, dass Masseneinwanderung mal wieder auch im Pazifik stattgefunden hat. Es ist ein Großteil der Einwanderung an die Westküste, schon im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert begonnen hat. Diese Leute wandern aus zwei Gründen ein. A, weil sie wirtschaftliche Möglichkeiten haben, das ist aber zutiefst verknüpft mit der Hoffnung, auch in einer offenen Gesellschaft es schaffen zu können. Also die Wandlungsfähigkeit dieser Gesellschaft ist ungemein und das Paradox, das schöne Paradox der Demokratie zeigt sich für mich immer am schönsten in den USA, nämlich dass man durchaus kulturelle Eigenheiten behalten kann und die Idee von dem Melting Pot hat man auch noch irgendwann mal aufgegeben und hat dann mal ein Pot of Stew draus gemacht, sodass man sagt, es sind eben verschiedene Gruppen, die unterschiedliche Identitäten bewahren können. Man kann auch ein Hyphenated American sein mit verschiedenen Identitäten und trotzdem ist man jemand, der diese Demokratie zu schätzen weiß. Im Übrigen sind die muslimischen Einwanderer da auch wieder das spannendste Beispiel, denn sie sind eine der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste Gruppierung in den USA. Mit den höchsten Einkommensverhältnissen, mit den besten Schulabschlüssen und das ist eben auch nochmal interessant sich das anzugucken und im Übrigen bei der strikten Trennung zwischen Staat und Religion in den USA auch durchaus zufrieden damit, selbst Post 9-11, durchaus zufrieden damit, dass man grundsätzlichen Respekt für Religion hat, aber schon auch darauf besteht, dass die Verfassung sozusagen das heiligste ist, was Amerika hat. Ich würde das aber nicht nur innenpolitisch beschränken und das geht wieder ein bisschen in die Richtung Pazifik und das ist etwas, was Europa glaube ich noch nicht ganz begriffen hat, selbst wenn in München der Verteidigungsminister gesagt hat, wir sind übrigens auch pazifisch, wir interessieren uns auch für den Pazifik, denn wir haben enge Beziehungen zu und dann kommen natürlich immer die Handelsbeziehungen zu China. Aber gucken Sie sich mal die Länder an, auf die die USA ganz besonderen Wert legen in ihrer pazifischen Strategie. Da ist natürlich China, weil es im Grunde genommen auf ein Supermachtsverhältnis hinauslaufen wird. Noch nicht jetzt, aber früher oder später wird es das. Aber da ist es für die USA auch ganz wichtig, Kontakte zu demokratischen, schon demokratischen oder demokratisch werdenden Staaten zu halten. Und das betrifft das Wertefundament, das die USA selbstverständlich mit Europa verbindet, in der gemeinsamen Geschichte, in dem demokratischen Charakter der Staaten. Wobei wir da auch mal wieder nicht vergessen dürfen, bis 1945 war das nur ein einziger Staat in Europa, der demokratisch war und das war Großbritannien. Der Rest hat erst danach angefangen. Alle anderen Staaten waren zu dieser Zeit alles andere als demokratisch. Und das ist etwas, was ungemein wichtig ist. Ich glaube, wenn man nachrichten, 1939 gab es, 1909, nach dem Ende der Tschechoslowakei, war glaube ich Großbritannien das einzige demokratische Land. Na, die Skandinavier müssen wir noch mit dazu rechnen. So. Aber das ist etwas, was für die USA in der geopolitischen Strategie durchaus enorm wichtig ist. Wo sind im Zweifelsfall die demokratischen Bündnispartner in dieser Region? Und da gibt es ja einige. Die Rede ist doch nicht von ungefähr in Australien gehalten worden. Es gibt Neuseeland, es gibt Indien, es gibt Südkorea, es gibt Thailand. Warum glauben Sie denn, war Hillary Clinton so oft in Burma? Wobei es nicht nur Oppositionspolitikerinnen in Myanmar geschuldet ist, dass dieser Staat sich demokratisch verändert hat. Das war schon auch eine Entscheidung dieser Militärregierung, dass man sich langsam zu öffnen hat. Also das, es kann in Zukunft eben auch eine Wertepolitik in den Pazifik hineingeben, weil das dann eben doch die näheren Partner sind. Vielen Dank. Sie hatten sich gemeldet. Ja, mein Name ist Frau Bende, ich komme aus Berlin-Schwander. Ich habe drei Fragen. Ich möchte erst mal wissen, wie wird sich die NAFTA im Verhältnis zu den USA entwickeln unter der zweiten Amtszeit Obama, also sprich Kanada, USA und Mexiko. Und zweitens, wie werden sich die wirtschaftlichen Beziehungen zu Lateinamerika zwischen den USA entwickeln? Denn die sind ja jetzt groß im Kommen. Rohstoffabkommen, Frau Merkel war ja Gott sei Dank in Brasilien, auf der Lateinamerika-Konferenz und hat sehr viel Deutschland geworben, dass wir ein Rohstoffabkommen bekommen. Wie läuft das mit den USA? Brasilien ist groß im Kommen, Argentinien, Peru, Chile. Wie wird es da weitergehen? Und meine dritte Frage an den Besuch von so beiden anknüpfen, werden wir nicht auch mal, und das finde ich Zeit, ein gemeinsames Raumfahrtabkommen bekommen, zwischen Europa und den USA. Von Handel bis zur Raumfahrt eine bunte Planeta. Ja, die NASA spielt da zur Zeit immer nur eine einseitige Rolle. Die Europäer müssen mehr eingeklinkert werden. Vielen, vielen Dank. Wir hatten da hinten noch eine Frage, ganz kurz noch dazu. Hallo, Heiko Stockmann. Und zwar zum Freihandelsabkommen. Ganz einfach gesagt, macht man ja diese Zölle, macht man als Schutz der Unternehmen und dass die Unternehmen weiter produzieren können. Und letztendlich, wenn man das mal betrachtet, wenn man Zölle abbaut, geht das nur, wenn die Lohnkosten so ähnlich sind, beziehungsweise die Lohnkosten verschieben sich dann irgendwie. Und die Produktkosten müssten ja auch ungefähr, also es kann nicht sein, dass in einem Land ein Produkt teuer und billig ist. Vielleicht könnten Sie kurz die Frage zuspitzen, weil wir ja nicht in der Ökonomieeinführung hier sind. Ja, es ist nicht so einfach, ein Freihandelsabkommen abzuschließen, weil das dem Schutz von Unternehmen oder dem Staat überhaupt seiner eigenen Wirtschaft dient. Und deswegen ist das eigentlich Illusion, wenn man das so einfach so haben will. Okay, vielen, vielen Dank. Freihandel wurde gefragt. NAFTA, die Schwierigkeiten des Freihandelsabkommens, wie sieht es aus mit dem Handel mit Südamerika? Ich versuche es möglichst flott zu machen. Also NAFTA, dazu gehört außer Mexiko ja noch Kanada, nicht? Also es ist die Kanada und das ist ein ziemliches Gefälle. Mexiko ist ja keine sehr dynamische Wirtschaft, sondern eher krisenanfällige, eine stark aber auch von Rohstoffen getragene Wirtschaft. Wir sind ja daran erinnert worden, als wir die Ölkrise im Golf von Mexiko haben, dass es da eine ganze Menge Ölförderung gibt, der zum Teil auch von Mexiko kommt und jetzt nicht nur von internationalen Unternehmen, die jetzt vor der amerikanischen Küste sind. Auch Kanada ist zur Zeit vor allem energiegetrieben. Der ganze Versuch, die Ölsende auszunutzen, die dann auch zum Fracking geführt haben, das hat ja letzten Endes in Kanada angefangen und hat sich dann erst auf die USA ersteckt. Wohin geht das? Also USA und Kanada sind rein wirtschaftlich sehr stark miteinander verzahnt. Das geht so weit, dass dieselben Autos gefahren werden, dass wenn sie über die Grenze gehen, dieselben Supermärkte da sind. Sie können, wenn sie so eine Rabattkarte vom amerikanischen Safeway haben, können sie das auch im kanadischen Safeway benutzen. Die sind nur politisch sehr unterschiedlich. Also die Kanadier sind sozusagen die demokratischen Skandinavier, die Europäer und Skandinavier Nordamerikas. Glauben an Sozialstaat, an Integration, also an vieles, was die US-Amerikaner jedenfalls mehrheitlich nicht so ganz glauben. Und Mexiko hat eben zur Zeit eine Sonderentwicklung, leider auch eine sehr krisengetriebene Sonderentwicklung mit dem ganzen offenen Kampf der Rauschgiftkartelle. Das ist eine der most underreported stories in Europa. Da sterben ja zehntausende Menschen. Also in den letzten Jahren sind mehr Menschen in Mexiko im Drogenkrieg umgekommen, als im Irak und in Afghanistan zusammengenommen an amerikanischen Soldaten gefallen sind. Also da ist ein unerklärter Krieg, findet dort statt, mit sehr, sehr, sehr vielen Toten, wo halt niemand so richtig genau weiß. Also deswegen ist das auch von der Größenordnung nicht so ganz zu vergleichen mit der europäischen Richtung. Was leider Lateinamerika betrifft, ich bin kein wirklicher Spezialist dafür, aber da ich jetzt letztes Jahr kürzlich mal dort unten war, auch in Argentinien, ist faszinierend, mir ist neu aufgegangen, ich meine, man weiß das vielleicht, wenn man sich stärker damit beschäftigt hätte, das sind riesige Räume, die noch relativ wenig besiedelt sind, also die relativ wenig Bevölkerungsdichte haben. Argentinien ist ein riesiges Land mit irgendwie 30 Millionen Einwohnern, leider auch sehr krisenanfällig, weil dort halt auch bis heute diese Caudillo-Politik gemacht wird, dass man nicht immer das wirtschaftlich Vernünftige tut, sondern das, womit man sich an der Macht halten kann. Die nächste Argentinien-Krise kommt sehr schnell und sehr bestimmt, leider. Auch Brasilien, das hat sich wirtschaftlich ein bisschen entwickelt, aber das ist stabilisiert vor allem, hat enormes Selbstbewusstsein, aber dort gibt es auch wirtschaftlichen Streit mit Amerika, zum Beispiel um Flugzeuge, um Orangensaft und solche Dinge. Ich nenne das nur schnell als ein paar Stichworte. Gemeinsame Raumfahrt, Amerika zieht sich ja gerade aus Kostengründen aus der Raumfahrt zurück, jedenfalls aus der bemannten Raumfahrt, hat im Moment keine Rakete, mit denen es überhaupt so richtig die Raumstation erreichen kann. Die bedienen sich da der russischen Raketen, die Russen transportieren, was die Amerikaner unbedingt in die Raumstation bringen wollen, weil halt der Shuttle ausgedient hat und man nicht rechtzeitig ein neues Programm angeleiert hat und Obama jedenfalls das nicht als eine Priorität sieht, für die er bei der Verschuldung Geld ausgibt. Und das letzte, Herr Stockmann, erstmal vielen Dank, dass Sie die Frage gestellt haben. Ich wollte ja, als ich vorhin etwas dezidierter reagierte, wollte ich nicht, dass Sie sozusagen den Elan verlieren, die Fragen zu stellen. Nur mit Schutzzöllen will ich kurz sagen, ja, auf den ersten Blick sind Schutzzölle und Protektionismus, das klingt immer so, als würde man das eigene Land beschützen und die eigene Arbeiterschaft beschützen. Die Wirtschaftsgeschichte lehrt etwas ganz anderes. Wenn Sie zu viel Protektionismus betreiben, machen Sie Ihre Industrien kaputt, weil Sie ihnen den Zwang zum Wettbewerb nehmen. Ein ganz herausragendes Beispiel sind zum Beispiel die Stahlsubventionen im amerikanischen Automarkt in den 1970er Jahren. Damit hat der Niedergang der amerikanischen Automobilindustrie begonnen. Deswegen, weil man den amerikanischen Stahl geschützt hat, gab es nicht mehr so viel Druck, ein genauso guter Qualität zu produzieren, wie er aus Asien kam oder Korea oder aus Europa. Und am Ende hatten die Amerikaner den schlechteren Stahl für ihre Automobilindustrie. Das hat letzten Endes dazu geführt, dass die Qualität nicht mehr so gut war. Und Lohnkostenargument, ich verstehe das Argument, aber Sie müssen auch immer die Produktivität dagegen rechnen. Deutschland ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir es schaffen, obwohl wir hohe Lohnkosten haben, dennoch so wahnsinnig kompetitiv und wettbewerbsfähig auf den internationalen Märkten zu sein, weil wir gleichzeitig sehr hochwertige Produkte damit herstellen. Und ich kann Ihnen nur sagen, aus meinem Reisen in Amerika, amerikanische Unternehmen sind bereit, 30% mehr für eine deutsche Maschine zu bezahlen, weil die dann nämlich auf die speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist und weniger Energie verbraucht. Die sparen das wieder ein, als dass sie die Maschine von der Stange, wenn ich das mal so nennen darf, aus dem amerikanischen Maschinenbau nehmen oder Billigmaschinenbau aus Asien. Es ist durchaus möglich, ohne dass man Protektionismus betreibt, mit hohen Lohnkosten dennoch wettbewerbsfähig und effektiv zu sein. Und das ist immer eine Lehre, wenn man länger in Amerika ist. Dort ist man ja sehr skeptisch gegenüber Protektionismus, wenn man nicht gerade dem linken Flügel der demokratischen Partei angehört, wenn der Gewerkschaft ist. Und die haben eine Menge warnende Hinweise, warum Protektionismus sich auf Dauer nicht auszahlt, sondern die eigene Volkswirtschaft beschädigt. Gut, vielen Dank. Ich möchte das Privileg des Moderators kurz missbrauchen und Ihnen eine Frage zu einem Komplex stellen, der, wie ich denke, in der Böll-Stiftung auch wichtig ist, angesprochen zu werden, nämlich Abrüstungs- und Friedenspolitik. Da sind wir noch nicht ganz drauf gekommen. Und Obama ist ja sehr ambitioniert gestartet, mit einer Initiative zur sogenannten Global Zero, der nuklearen Vollabrüstung, das als Idealziel betont. Das hat sich eher als Nullnummer herausgestellt. Gleichzeitig kommt immer mehr raus, dass die USA sowohl, was Cyberwaffen anbetrifft, als auch den Einsatz von Drohnen auf eine sehr intransparente, aggressive, unilaterale Art und Weise aufrüstet und diese Waffen auch zum Einsatz bringt. Unter Obama. Und Sie haben beide von der Wertegemeinschaft gesprochen, die wir ja teilen mit den Amerikanern. Sollen wir im Sinne einer Wertegemeinschaft dem nacheifern und die gleichen offensiven Kapazitäten aufbauen innerhalb der NATO, die ja auch eine Wertegemeinschaft ist? Oder haben wir eigene Ideen dazu, wie das mit Abrüstung und Friedenspolitik zusammenzubringen ist? Das ist eine sehr, sehr vielschichtige Frage, wo man sozusagen, ich auch in meiner Antwort zwischen verschiedenen Beispielen hin und her gerissen bin. Ich fange mal mit dem Abrüsten an und nehme nochmal die Kritik am Nobelpreis für Barack Obama auf. Der hat den zu früh bekommen, gar keine Frage. Das waren Vorschusslorbeeren, die in Amerika innenpolitisch geschadet haben. Amerikaner mögen das nicht, wenn sie das Gefühl haben, Europäer wollten ihrem Präsidenten sagen, wo es lang geht. Der soll gefälligst als Amerikaner Entscheidung treffen. Aber Barack Obama hat sich diesen Friedensnobelpreis nachträglich verdient durch das Abrüstungsabkommen mit Russland. Ein Drittel der strategischen Atomraketen werden zwischen Russland und den Vereinigten Staaten verschrottet. Das ist genau das, was sozusagen die moderne Entsprechung der Definition von Alfred Nobel ist, wofür er den Preis gestiftet hat. Gegen die Ausdehnung der stehenden Heere, also gegen militärische Aufrüstung für militärische Abrüstung, wenn ich es mal in moderne Worte übersetzen darf. Und sozusagen mit einem Jahr Verspätung hat Barack Obama doch noch gerechtfertigen können, warum man einen Nobelpreis bekommen hat. Nur die Begründung wäre glaubwürdiger gewesen, wenn man das von vornherein gesagt hat, wir machen das, weil er gerne Atomabrüsten möchte und nicht, weil alles was schön und gut und friedlich ist. Denn Barack Obama, das wissen wir inzwischen, hat keinerlei Bedenken, die amerikanische Militärmacht einzusetzen. Er ist sicher kein Pazifist. Und er versteht, obwohl er Verfassungsrechtler ist, auch die rechtlichen Aspekte seines Militäreinsatzes nicht ganz so, wie wir uns das wünschen würden. Also Drohneneinsatze. Barack Obama hat in den ersten zwei Jahren wesentlich mehr Drohnenangriffe als Bush in acht Jahren Amtszeit genehmigt. Und er hat inzwischen innerhalb von vier Jahren über nahezu 300 Drohnenangriffe genehmigt, bei denen nach Schätzung zwischen 1200 und 2400 Menschen ums Leben gekommen sind. Wenn man das mal sehr kritisch betrachten möchte, gerade aus juristischer Sicht, kann man sagen, das sind Todesurteile, die da aus der Ferne verhängt werden, ohne dass irgendein Gericht oder wenigstens eine geheimtagende Kommission mal die Weise vorgelegt bekommen hat, was denn gegen diese Menschen, auf die da geschossen wird, eigentlich nachweisbar vorliegt. Klar, die allgemeine amerikanische Rechtfertigung, das sind Leute, von denen wir wissen, dass sie Krieg gegen die USA führen. Das ist wie ein Schlachtfeld. Man muss es moderner vorstellen. Das Schlachtfeld ist halt heute global. Und es sei kein großer Unterschied, ob ich einen amerikanischen Soldaten nach Jemen schicke, der da sich Auge in Auge mit dem Terroristen gegenübersteht und beide drücken ab und einer oder beide sind tot. Oder ob ich das halt modernerweise durch Aufklärung mache und aus der Luft den abschieße. Ich finde, da gibt es schon ein gewisses Bedenken. Auch in Amerika regen sich da Fragen. Leider vor allem erst, seit auch amerikanische Staatsbürger betroffen sind davon. Amerikaner machen einen Unterschied dazwischen, wie der Präsident mit Ausländern umgeht und wie er mit amerikanischen Staatsbürgern umgeht. Das finde ich nicht sehr nachvollziehbar. Wir in Deutschland sagen, Grundrechte treffen für alle zu. Bürgerrechte, Wahlrecht, das ist was anderes. Das ist nur Bürger. Aber jedenfalls was Grundrecht, das Recht auf Leben, auf Unversehrtheit, auf einen fairen Prozess, das sind nach unserer europäischen Auffassung Rechte, die jedem zustehen, unabhängig vom Pass. Und in Amerika wird das leider etwas anders gesehen. Also nochmal, es gibt da deutliche kulturelle Unterschiede, wie Amerikaner damit umgehen, wesentlich weniger Manschetten und wie auch dieser amerikanische Präsident mit diesen Fragen umgeht. Und das kleine Begegenbeispiel dann noch, Amerikaner verstehen deutsche Debatten nicht, in denen allen Ernstes manche in Deutschland diskutieren, und wir wollen auch Drohnen haben, aber nur welche, die aufklären können. Die müssen strukturell unfähig sein, Waffen zu tragen. Also wir müssen Drohnen bestellen, mit denen man nicht schießen kann. Das versteht kein Amerikaner, diese Art von Zurückhaltung. Und ich würde dann zumindest spöttisch anmerken, wenn wir denn nicht mit denen schießen wollen, das heißt ja noch lange nicht, dass sie nicht die Kapazität haben dürfen. Ich muss doch in der Lage sein, eine Drohne, die schießen kann, so zu bedienen, dass ich im Einzelfall sage, ich will aber mit der gar nicht schießen. Warum muss ich von vornherein mir die Kapazität nehmen, damit ich nur ja keine falschen Entscheidungen treffe? Das ist eine, auch für mich etwas gewinnungsbedürftige Art, mit dem Problem umzugehen. Das Komische ist, ich bin ja eigentlich hier, um so ein bisschen die europäische Seite zu verkörpern. Jetzt hat das Gesicht sich gerade eben umgedreht. Jetzt erklärt uns Christoph die europäische Seite und ich muss nochmal versuchen, das von der amerikanischen Seite aufzuziehen. Also es gibt zwei Bereiche, bei denen wir so tun, als ob es im humanitären Völkerrecht da keine Lücken gäbe. Und das eine ist tatsächlich alles, was mit asymmetrischen Krieg zu tun hat. Da gibt es einiges, aber es gibt enorm viele Grauzonen und es gibt noch größere weiße Flecken. Und das heißt, Christoph von Marscher hat es gerade angesprochen, ich meine, hier werden Menschen getötet, gegen die kein Gerichtsbeschluss vorgelegt, noch nicht mal eine Kommission und so weiter und so weiter. Das sind enorm wichtige ethische Fragen und ich finde, gezielte Tötung ist ein Riesenproblem, das von Völkerrechtlern natürlich auch aufgenommen wird, aber wir wissen noch nicht mal, ob es in das Kriegsvölkerrecht fällt oder ob es in die Strafjustiz fällt. So, das war im gesamten Krieg gegen den Terror eine der größten Unterschiede in dieser Wertegemeinschaft, dass die Europäer eigentlich immer hergegangen sind und sagt, wir müssen das im Grunde genommen strafrechtlich anfassen. Das ist ein Verbrechen und das muss dementsprechend vor Gerichten geahndet werden und die Amerikaner darauf bestanden haben, unter Bush genauso wie unter Obama, dass dies eine Kriegssituation ist und in diesem Krieg bestimmte Rechte gelten, jus ad bellum und jus in bello. Also das sind diese zwei verschiedenen Grobregelungen, wenn man so sagt, wann habe ich überhaupt das Recht, Krieg zu führen und die Amerikaner haben das sozusagen als Initialzündung selbstverständlich 9-11 als Angriff auf ihr Territorium verstanden und welche Rechte habe ich im Krieg. Und das Problem sind für die Amerikaner nicht die, ich sage es jetzt mal sehr flapsig, obwohl es mit enormen ethischen Implikationen verbunden ist, das Problem für die Amerikaner sind nicht die bösen Jungs, die sie ausknöpsen. Das sind nicht diejenigen, die nachweisen, und es braucht schon einiges an Geheimdienstmaterial, bis man die überhaupt mal findet, in irgendwelchen entlegenen Tälern Pakistans oder auch Afghanistans, wo sie unter Umständen nachweisen können, dass sie tatsächlich in Terrorattentate verwickelt waren, dass sie Organisatoren von Terrorattentaten sind. Das große Problem sind die Zivilisten, die dabei umkommen, die Unbeteiligten. Das heißt immer unschuldig. Ich weiß nicht, ob die Leute unschuldig sind, aber sie sind auf jeden Fall unbeteiligt. Das ist ein Riesenproblem. Und die Anzahl der Menschen, die da getötet wurden, ist enorm. Und deswegen ist es ein Riesenthema für humanitäres Völkerrecht. Und die europäische Ansicht darauf ist immer, dass sie so tut, als sei das alles geklärt. Tut ist es aber nicht. Das zweite große Gebiet, in dem wir noch nicht mal großartig eine Landkarte haben, ist alles, was mit Cyber zu tun hat. Ich meine, es ist wirklich schön, dass Sie nachfragen, wie sieht es denn aus mit Raumfahrt. Raumfahrt ist gar nicht mehr das Thema im Augenblick, sondern das ist alles, was mit Cyber Security und am Ende Cyber Warfare zu tun hat. Eine der großen Skandale in der jüngsten Zeit war New York Times, die nach Berichten über Korruption in der Familie von Wendobao und anderen riesengroßen, gut recherchierten Berichtgaben, die über acht Monate lang gehackt worden sind. Das sind fast noch harmlose Sachen gegen die Anzahl und die Art und die Seriosität der Attacken, die es nicht nur von China gibt. Da ist einiges irgendwie zurückverfolgbar. Aber da ist es vollkommen klar, dass die Amerikaner in die Offensive gehen würden. Das war übrigens auch interessant. Auch das ist ein Panel bei der Münchner Sicherheitskonferenz über Cyber Security und Cyber Warfare. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass wir für solche Angelegenheiten sogar eine EU-Kommissarin haben, namens Nelly Gross, würde den meisten nicht bekannt sein. Da geht es hauptsächlich um wirtschaftliche Dinge. Aber das ist ein Schlachtfeld. Und in diesem Schlachtfeld werden sich die Amerikaner nicht nur defensiv bewegen. Und auch dort gibt es enorme weiße Flecken im Kriegsrecht. Was geht denn da überhaupt als Attacke? Mit welchen Mitteln darf denn zurückgeschlagen werden? Ich meine, wir haben das jetzt mal kurz aufgetaucht und dann sofort wieder Physik diese Diskussion als Stuxnet iranische Kaskaden und Zentrifugen lahmgelegt hat. Das war eine größere Attacke auf ein anderes Land. Auch wenn wir wahrscheinlich alle hier sagen, naja, wenn man Zentrifugen auf diese Weise lahmlegen kann, das ist ja beinahe friedlich. Wobei das Problem dann auch schon wieder ist, dass diese unglaublich komplizierten Viren in Teilen wiederverwendet und auch wieder gegen den Verschicker der Viren eingesetzt werden können. Das ist ein Feld, das in seiner Dimension überhaupt noch nicht ausgemessen ist, nicht ausmessbar ist. Und eines ist vollkommen klar, auch da, auch unter diesem Präsidenten werden die Amerikaner eher offensiv als defensiv handeln. Vielen Dank, Sirke Tempelmann und Christopher Marshall. Morgen früh stellt diese unbekannte Kommissarin Nelly Krös die europäische Strategie für Cybersicherheit in Brüssel vor. Da werden wir vielleicht ein bisschen mehr wissen, welche Ideen die Europäer für diese weiße Landkarte haben. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Sonst möchte ich noch Gregor Enstel. Stichwort Russland. Staat. Gibt mir die Gelegenheit. Noch Platz für Europa in Amerika. Zumindest ganz hinten in Osteuropa haben wir Moskau. Wie schätzen die Vereinigten Staaten, wie schätzt Obama die Rolle Russlands in der sich immer verkomplizierenden außenpolitischen und sicherheitspolitischen Gemengelage ein? Und wo sind eventuelle Sollbruchstellen gegenüber der EU-Russland-Politik? Aus amerikanischer Sicht. Frage an Sie mit Bitte um Kommentar durch Silke Tempel. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, wo ich dann auch eine relativ dezidierte persönliche Meinung zu habe aus der Beobachtung einfach, wie die damit umgehen. Also Russland ist natürlich schon wichtig, aber nicht mehr so wichtig, wie es vor 10 oder 15 Jahren war. Und zweite Wahrnehmung, das Verhältnis zwischen Amerika und Russland ist in der Praxis viel besser, als sie in den Schlagzeilen lesen. Und dafür gibt es Beispiele. Mir scheint, die haben so eine Art Abkommen getroffen. In der Innenpolitik kann Wladimir Putin machen, was er will. Nicht, dass man nicht dagegen protestiert, aber jedenfalls da übt man keinen großen Druck mehr aus, weil gleichzeitig Wladimir Putin ist Russland die Amerikaner nicht versucht zu schädigen in der Außenpolitik, wo immer er es kann, sondern stabilisierend wirkt. Und das wichtigste Beispiel ist Afghanistan. Als die Amerikaner in Afghanistan Probleme mit den Pakistanis bekamen, nach dem Grenzzwischenfall, wo eben pakistanische Grenzsoldaten von Amerikanern totgeschossen worden sind, weil sie glaubten, aus den Stellungen selbst befeuert worden zu sein, das ist nie ganz aufgeklärt worden. Danach hat Pakistan ja seine Durchgangsrouten gesperrt für den Nachschub und die Russen haben ihre aufgemacht. Und als Pakistan drohte, wenn es jetzt um den Afghanistan-Aftzug geht, dass sie sehr hohe Beträge haben wollen für jeden einzelnen Transport, der Afghanistan durch Pakistan verlässt, damit man eben Militärgüter wieder abtransportiert, da haben die Russen signalisiert, man kann die doch alle über den Hindukusch fliegen und dann auf die zunächst zentral-asiatische Eisenbahn, aber dann letztendlich durch Russland, an die Ostsee transportieren, und zwar wesentlich billiger. Also Russland verhält sich nicht wie jemand, der sagt, da haben wir sie in der Falle, und nun machen wir mal unsere Seite auch noch zu, und dann sollen die Amerikaner mal sehen, was sie davon haben, dass sie da in Afghanistan, man hätte ja auch sagen können, die sollen mal sehen, dass sie genauso in Afghanistan scheitern, wie wir damals gescheitert sind. So verhält sich Russland nicht. Es gibt natürlich bestimmte Themen, wie NATO-Erweiterung, Raketenabwehr, da bekommen wir die ganze Zeit von den Russen, da fühlen sie sich unfair behandelt, da seien Versprechen gebrochen worden, die NATO will sich nicht erweitern. Die Amerikaner nehmen das zur Kenntnis, halten rhetorisch total gegen, und ich persönlich habe den Eindruck, das ist mehr wie Lippenkenntnis. Beide müssen das immer sagen, aber ich kann nicht sehen, dass das eine wirkliche, praktische Auswirkung auf die tägliche Kooperation in gewissen Bereichen hat, und auch abrüstungsmäßig, glaube ich, sind beide eher daran interessiert, da weiter zu machen. Ich will es jetzt nicht zu sehr beschönigen, den Eindruck ich nicht erwecken, mir scheint manchmal, dass diese rhetorischen Konfliktthemen, wie NATO-Erweiterung, Raketenabwehr, die werden ein bisschen zu hoch gehängt, und sind in der praktischen Politik gar nicht so wichtig, wie man uns rhetorisch Glauben macht, und meine Gegenbeispiele wären eben, dass es in vielen praktischen Dingen, zumindest in der Außen- und Weltpolitik, dann doch ganz pragmatisch funktioniert. Bei Syrien, die Russen haben halt strategische Interessen. Die haben heute eine Militärbasis in Syrien und am Hafen, und das Wichtigste für die ist, dass die ihre militärische Präsenz im Mittelmeer behalten, glaube ich. Das ist aber nur eine Vermutung, und ob die letzten Endes, ich weiß ja auch gar nicht, wie man das sozusagen dialogmäßig hinbekommt, ob die syrische Opposition, und was das denn wert wäre, wenn die syrische Opposition zumindest hinter verschlossenen Türen signalisieren würde, wenn sie denn mal an die Macht kommt, würden sie die Russen nicht rausschmeißen, ob das helfen würde, zu irgendeinem Abkommen zu kommen. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass keiner wirklich eine Lösung für Syrien hat, und keiner will da eingreifen. Eigentlich will keiner dort eingreifen. Und der letzte Punkt, Beispiele, russische Innenpolitik, warum die Amerikaner da relativ wenig machen. Natürlich sagen sie was, wenn sie das Gefühl haben, dass Oppositionelle zu sehr unterdrückt, oder ins Gefängnis geworfen, oder ermordet werden. Natürlich werden sie laut, wenn Wladimir Putin aus rein innenpolitischen Gründen auf einmal Adaptionen durch amerikanische Familien behindert, oder verbietet. Aber da kriegt er ja auch ziemlich einen innenpolitischen Druck, soweit ich jedenfalls von unserer Korrespondentin gehört habe. Russische Provinzstädte finden das nämlich ganz, ganz toll, wenn die Amerikaner ihnen die Probleme abnehmen. Also elternlose Kinder aus Rauschgiftfamilien. Und die finden das gar nicht gut, wenn die die in ihren eigenen Waisenhäusern jetzt weiter versorgen müssen, weil die Amerikaner sie nicht mehr nehmen dürfen. Das ist jetzt etwas wieder zu flapsig über ein ethisch ernsthaftes Thema gesprochen, wie Silke Tempel das vorhin an meinem Beispiel sagte. Aber nur einmal sozusagen diese unterschiedlichen Interessen und wo es auch dann dazu kommen kann, dass das, was Putin als nationale Stolzpolitik verkauft, nicht unbedingt genauso in der Innenpolitik gesehen wird. Also, ich bin weder ein Russland-Spezialist noch bin ich ein Spezialist dafür, wie die USA Russland sehen. Aber als Beobachtung folgendes. Ich glaube, den Amerikanern ist vollkommen klar, dass die Russen nach 1991 zu einem Kragenbären geschrumpft sind und gerne immer noch ein Grizzly wären. Das heißt, der Phantomschmerz der ehemaligen Supermacht ist selbstverständlich noch da. Die Haltung würde ich eher so einschätzen, dass sie durchaus pragmatisch ist, aber mit einem Abstand. Man weiß ganz genau, dass man die Russen in vielen Dingen braucht. Man braucht sie nicht nur für Afghanistan. Man braucht sie auch für Iran. Ganz wichtig. Wesentlich wichtiger noch im Augenblick als viele andere Sachen. Aber das ist ein pragmatischer Umgang, der auf etwas verzichtet, was ich in Deutschland immer das Bärenumarmertum nenne. Es gibt immer so eine ganze Gruppe von Bearhuggers, die finden, man muss ganz, ganz doll Russland liebhaben und dann werden sie sich schon ändern. Und deswegen darf man sich auch nicht so doll kritisieren und deswegen darf man auch nicht so doll gegen Putin hetzen und deswegen darf man die Prozesse gegen Pussy Riot auch nicht so doof finden und so weiter und so weiter. Das ist, glaube ich, schon nicht, das ist keine Linie, die die USA besonders nachvollziehbar finden, weil die auch mit Pragmatismus nichts zu tun haben. Sie sind da, sie haben eine bestimmte geopolitische Situation, sie sind Energieleister, auch für Europa verlässlicher soweit. Man versteht nicht so ganz, warum man sich in solche Abhängigkeiten begibt. Aber Russland wird gebraucht. Und wenn ich das jetzt mal mit so einem abschließenden Eindruck nochmal hier weitergeben darf. Im vergangenen Jahr in München war die große Geschichte Kriegens Hillary Clinton, Leon Panetta, die Europäer und Lavrov hin, sich auf eine Syrien-Resolution zu einigen. Und die ist gescheitert. Und in diesem Jahr hatten sie mehrere Vertreter der syrischen Opposition da. Die waren im letzten Jahr noch gar nicht wirklich identifizierbar. Aber Al-Khatib war da. Er hat sich sogar mit dem iranischen Außenminister getroffen. Und diese Leute saßen auf dem Panel und haben im Grunde genommen geschluchzt darüber, dass da kein Eingreifen stattgefunden hat. Und dass es im vergangenen Jahr nicht zu einer Resolution gekommen ist. Und man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, wie wäre es denn gewesen, wenn im letzten Jahr tatsächlich eine Resolution gefunden worden wäre, die die Russen soweit beruhigt hätte, die wollten nach Libyen nicht nochmal ein Regime-Change. Nach der Libyen-Resolution war eben klar, die fangen an mit Flugverbotszone und danach ist es irgendwie Regierungswechsel oder Regimewechsel. Das wollten sie nicht für Syrien. Aber was wäre gewesen, wenn es tatsächlich eine Kompromissformel für Syrien gegeben hätte und man tatsächlich Assad langsam abgelöst und einige Kräfte da drinnen behalten hätte. Ich bin überhaupt nicht sicher, dass Syrien stabilisiert worden wäre. Aber jetzt ist Syrien ein vollkommen, aber auch vollkommen zerstörter Staat. Und das hat man gespürt. Ich glaube, Russland hat ein Ansehen mittlerweile im Nahen Osten, das schlechter ist, als es das der USA jemals, selbst unter Bush-Zeiten gewesen ist, weil sie Syrien gestärkt haben. Und in diesen Verflechtungen ist vollkommen klar, dass man versucht, eine pragmatische Politik gegen Russland zu betreiben. Man braucht sie in vielen Dingen. Man braucht sie vor allem gegenüber dem Iran. Ich glaube nicht, dass man sehr glücklich ist über die Haltung in Syrien, auch wenn man nicht gewusst hätte, wie man eingreift. Aber unter Umständen hätte es ein Funken gegeben, zu sagen, dieses Land wäre heute vielleicht nicht so zerrüttet, wie es das ist. Das wird Jahre und Jahrzehnte brauchen, bis sich da überhaupt wieder irgendetwas regt und aufbaut. Aber man muss eine allzu große Nähe auch nicht haben. Danke sehr. Sie hatten eine Frage. Ahmad ist mein Name, FU-Promovierende. Danke für die Rede. Ich möchte zuerst eine kurze Anmerkung. Sie haben gesprochen, dass die Amerikaner und Europäer sich weniger verstehen. Sie meinen vielleicht die Eliten, diejenigen, die Entscheidungen treffen und so fort. Ich denke, vielleicht diese unterschiedliche Politik in Europa und Amerika vielleicht kommt grundsätzlich von unterschiedlichen Interessen in der Welt und nicht, dass sie nicht einander verstehen, können nicht oder weniger verstehen. Diese unterschiedlichen Interessen dazu vor, dass sie unterschiedliche Politik treffen, das ist ein Punkt. Und natürlich hat sich die Welt ganz groß verändert nach dem Kalten Krieg. Und deshalb nach dem Kalten Krieg die Europäer und Amerikaner in verschiedenen Feldern und Punkten in verschiedenen Politik entscheiden und treffen. Afghanistan wäre ein Beispiel davor. Immer wieder wir sehen in Zivil auch in militärischen Bereichen unterschiedliche Entscheidungen. und das wäre vielleicht ein Grund, warum wir nicht so eine erfolgreiche Politik in Afghanistan sehen. Und das ist fast ein gescheitertes Projekt heutzutage. Und meine Frage wäre, welche geopolitisch gesehen, welche Interessen Amerikaner folgen in Afghanistan und wie unterschiedlich sind diese Interessen mit Europäern. Danke. Vielen Dank. Das ist eine konkrete Frage, eine kurze Antwort. Was sind die geopolitischen Interessen der USA und was sind die Europas? Ja, nochmal kurz zu dieser Unterscheidung. Ist es vor allem interessengesteuert oder welche Rolle spielt das Unverständnis? Ich gebe Ihnen einfach mal Beispiele. Die Euro-Krise hat nichts mit unterschiedlichen Interessen zu tun, sondern nur mit Unverständnis. Es ist ja nicht so, dass die Europäer ein großes Interesse haben, den Euro zu erhalten und die Amerikaner sind ganz daran interessiert, dass der Euro in die Knie geht. Sind sie nicht. Gegenteil. Sie verstehen es nur nicht. Ich lebe ja dort, also ich lebe in Washington, ich lese amerikanische Zeitungen und ich kann seit vier Jahren nur den Kopf schütteln, wie mehrheitlich über Europa und den Euro geschrieben wird. Wie immer wieder geschrieben wird, Silke Temel hat ein Beispiel genannt, aber es ist seit vier Jahren so, dass der Euro kurz vorm auseinanderbrechen steht und dann denke ich am Anfang immer, ja vielleicht haben die Amerikaner recht, ich glaube ja die haben einen distanzierteren Blick, die können vielleicht die Statistiken besser lesen und wir sind zu sehr Europäer mit Wunschdenken. So ganz sicher sind wir ja trotzdem noch nicht. Ich finde diese Diskussion manchmal etwas präsentistisch, jetzt haben wir gerade mal wieder eine Durchatmephase und in drei Monaten kann das Haus wieder in Flammen sein, da reden wir anders. Das mag sein, aber seit vier Jahren wird der Untergang des Euro immer für nächsten Monat vorausgesagt und irgendwann muss man darüber nachdenken, warum seit vier Jahren die Mehrheit der amerikanischen Prognostiker einfach Unrecht hat und die sind inzwischen auch verunsichert. Aber es gibt dafür einen Grund. Erstens mal diese Institutionen Missverständnisse, man versteht es einfach nicht. Und wenn man was nicht versteht, dann ist man misstrauisch und so weiter. Aber es hat auch Europäer, also die Europäer der Eurozone sich nicht durchsetzen mit ihren Argumenten. Ob die nachher gut sind und rechtbar sind. Wir können ja nicht mal unsere Argumente an Mann bringen. Weil wir uns auch vielleicht nicht ganz einig sind. Es gibt was viel Wichtigeres. Weil die Länder, die in der Eurozone drin sind, keine Sprache haben in ihren Medien, die woanders verstanden wird. Die wichtigsten englischsprachigen Länder und ich kann Ihnen versichern, an der Börse in Shanghai und in New York wird nicht vor allem Französisch und Deutsch gelesen. Also die Frankfurter Gemeine gehört dort nicht zur Pflicht. Genau. Also die lesen gar nicht qua Sprachbarriere. Wir setzen uns deshalb nicht durch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Darf ich dazu kurz was ergänzen? Weil das nämlich einfach nochmal in diese unterschiedlichen Perzeptionen geht. Was ganz spannend ist, ich meine vor 30, 40 Jahren in den Hochzeiten des Kalten eine Elite, die fließend Deutsch sprach und tatsächlich diese Medien gelesen hat. Gucken Sie mal heute in den Schulen sich um, wer dort noch Deutsch lernt. Und gucken Sie sich mal in den Eliten um, in Washington D.C., in der außenpolitischen Elite, wer sich tatsächlich intensiv mit Europa beschäftigt und vielleicht außer Englisch noch eine andere europäische Sprache spricht. Gut, Spanisch natürlich, aber deswegen nicht wegen Europa, sondern wegen Lateinamerika. Wenn, dann werden andere Sprachen gelernt. Das ist nicht mehr so, dass man das als das attraktivste und das dringendste findet. Nicht, weil man sie vergessen will, die Europäer, sondern weil sie auch selbstverständlich geworden sind. Aber das führt dann genau zu dieser Art von Kluft, dass man eben auch oft nicht in der Lage ist, diese Dinge zu lesen. Und nur noch das andere Beispiel, ganz schnell zu den Strategien. Auch in Afghanistan haben wir es ja nicht mit dem Interessengegensatz zu tun. Es ist ja nicht so, dass die und die Amerikaner glauben ganz bisschen mehr an militärische Hardware und wir drücken uns immer mehr vor der militärischen Hardware und meinen, es müsste mehr auch mit Softpower und so weiter gehen und mit etwas mehr Verständnis. Und dann gibt es eben verschiedene Beispiele, wo mal die einen, mal die anderen Recht haben. Letzten Endes haben wir ein bisschen zu sehr Reflex, das Militärische fernzuhalten und die Amerikaner meinen, man könne sehr viele Dinge mit militärischer Power lösen, die man letzten Endes nicht mit militärischer Power lösen kann. Geostrategische Interessen, Amerika ist eine Nation, die sich weltweit zuständig fühlt und die weltweit Interessen hat und das ist ja anfangs schon angeklungen, wir sind europäische Mittelmächte, wir gucken auf den Atlantik, wir behaupten zwar, dass wir auch Asienpolitik machen, aber ich würde mal behaupten, wir machen in Asien Handelspolitik, nicht Außenpolitik. Wir haben keine wirklichen umfassenden Strategien, wie wir mit China umgehen wollen. Und ein großes Manko ist, dass wir auch keine gemeinsamen Kommissionen oder was auch immer haben, wo sich Amerikaner und Europäer erst mal zusammensetzen und sagen, wir haben eine gemeinsame China-Strategie und dann fahren wir hin. Wir lassen uns hier immer auseinander dividieren von Chinesen. Die reden allein mit den Amis, die reden in Europa allein mit den Deutschen, allein mit den Franzosen, gar nicht so sehr mit der EU und dann am Ende jeder hat Handelsinteressen und dann lassen wir uns auch immer ein bisschen auseinander dividieren. Darf ich da nochmal nachfragen? Ich finde das einen sehr spannenden Punkt. Wir haben keine geostrategischen Interessen, die wir artikulieren, was Asien betrifft, aber wir haben einige historische Erfahrungen. Vor 100 Jahren waren wir 1913 im Kontinent, der relativ friedlich war. Ein Jahr später stand der Kontinent in Flammen, weil unter anderem eine etwas neurotische Macht in einen Krieg involviert worden ist. Nun haben wir in Asien eine Situation, die wir sehr stark durch die Handelsbrille sehen. die aber, die man genauso in der Analogie sehen könnte, da ist auch Geopolitik am Berg und das ist leicht entzündlich, diese Situation. Und die Amerikaner, sie haben gesagt, Amerika fühlt sich allzuständig, sie fühlen sich auch ganz selbstverständlich in der Situation, dass sie die Seewege im Pazifik und auch in Asien vor der Haustür Chinas einer anderen neurotisch aufstrebenden Macht kontrollieren. Haben sie das Gefühl, sie beide, das Rezept der Amerikaner als pazifische Macht, diese Balance zu halten, gemeinsam eben mit den demokratischen Staaten Asiens, mit denen sie eine Wertegemeinschaft teilen, dass das zu dem friedenspolitischen Ziel führt, dass man das genau verhindert, was in Europa vor 100 Jahren passiert ist. Im Moment müssen wir alle beobachten, dass es in Asien nicht nur eine neurotische Macht gibt, sondern mehrere. Ich weiß gar nicht, wie sehr das hier in Deutschland überhaupt in den Schlagzeilen ist. Wir haben im Moment richtig harte Meeresgrenzkonflikte zwischen China, Japan und Korea. Die kämpfen, die haben ihre Marineschiffe zum Teil und Fischerboote um bestimmte Inseln, die umstritten sind, fahren und im Moment beschießen sie sich noch mit Wasserkanonen und noch nicht mit richtigen Kanonen. Aber da kann irgendwas aus dem Ruder laufen. Wir können da innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen einen heißen Krieg haben. Und das ist richtig beunruhigend. Und die große Frage ist, jedenfalls die Europäer werden die Japaner und die Koreaner und die Chinesen nicht davon abhalten, wenn überhaupt ist die einzige Hoffnung, dass die Amerikaner da ein bisschen einwirken können. Natürlich mehr einwirken können auf die Japaner und die Koreaner als auf die Chinesen. Aber wir haben es in all diesen drei Staaten mit starken nationalistischen Strömungen zu tun, soweit überhaupt historische Vergleiche über so sehr unterschiedliche Dinge erlaubt sind, die natürlich an die Situation 1913, 1914 vor dem Kriegsausbruch einen rennen können. Aber vielleicht ist das jetzt etwas zu weit gegriffen. Aber es ist in der Tat wirklich beunruhigend. Und jedenfalls die Europäer werden es nicht sein. Und ein nur letzter Gedanke, weil wir in Europa ja auch immer so ein richtiges emotionale Geschichtsbewusstsein haben. Vielleicht ist es nicht mehr ganz so, ich bin ja schon acht Jahre in Amerika, aber jedenfalls als ich wegfuhr, 2004, 2005, 2006, wir konnten ja noch Tränen der Rührung darüber vergießen, wenn Franzosen und Deutsche und Polen in einem gemeinsamen Militärkorps dienen, so und so viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, der Vietnamkrieg liegt wesentlich jünger zurück und Amerikaner und Vietnamesen haben gemeinsame strategische und militärische Interessen, weil China aufsteigt. Es sind nicht die Amerikaner, die den Vietnamesen da irgendwas aufdrängen. Die Vietnamesen und andere bitten, viel weniger Jahre nach dem Krieg, als wir nach dem Zweiten Weltkrieg sind, bitten um amerikanischen Beistand. Das ist der Hintergrund, warum die Amerikaner ihre Präsenz verstärken. Es ist nicht, dass Sie irgendjemandem da was aufdrängen, weil Sie sich halt als imperiale Macht in Asien sehen, sondern es wird wirklich gewünscht, weil viele von Chinas Verhalten beunruhigt sind. Dem kann man sich nur anschließen. Und was noch mit dazu kommt, gerade für Europa und gerade, weil jetzt Christoph von Marsch noch mal erwähnt hat, wie stolz wir immer darauf sind, wenn Polen, Frankreich und Deutschland sich in manchen Gebieten verstehen. Das ist ein zutiefst auch vom Pazifischen Krieg 1940, 41 bis 45, bis August 1945 zerfetzte Region. Korea und Japan haben noch einige Rechnungen offen. Japan und China haben ohnehin noch einige Rechnungen offen. Das heißt, das ist nicht einfach nur, das sagt sich immer so schnell dahin, das sind nicht nur neurotische aufsteigende Weltmächte, sondern da sind im Grunde genommen noch enorme geschichtliche Altlasten, das heißt, so alt sind die noch gar nicht, die natürlich auch eine Rolle spielen und in der Tat, die Amerikaner sind dann diejenigen in dieser Region, die durchaus eher besänftigend wirken, auch auf das Bullying der Chinesen, das da manchmal kommt, als dass es irgendwie eskaliert, aber man weiß ganz genau, wenn man dann inzwischen durch Muskeln zeigen muss, um den anderen Muskelmann dann so ein bisschen zu beeindrucken, kann das sein, dass das dann doch irgendwann mal eskaliert. Vielen Dank, ich möchte eine kurze Abschlussfrage stellen, mit einer Bitte um einfach nur ein kurzes Statement, wir haben über Klima und Umwelt noch nicht gesprochen und ich möchte in der Böll-Stiftung nicht unbedingt eine Diskussion zu den USA führen, wo man das Thema so ganz unter den Tisch gekehrt hat, Sie haben über das Schiefergas gesprochen, gibt es irgendwas Positives zu erwarten von Obama, er hat es in seinen Reden erwähnt, Klimapolitik, dass er da anstrengend, aber sollten wir da Hoffnung machen oder sollten wir da eher die Bälle flach halten, was die Erwartungen betrifft? Drei ganz kurze Dinge, erstens, für Obama ist das Thema erneuerbare Energien wichtig, aber es ist nicht höher als das Fracking, sondern es ist wichtig, erwähnt immer wieder, dass Deutschland das große Vorbild in Windenergie ist und China das große Vorbild in Solar und dass die Amerikaner aufpassen müssen, dass sie da nicht abgehängt werden und dass es auch eine Jobmaschine ist. Das ist erstmal die gute Nachricht, die Botschaft ist inzwischen angekommen, die wird auch von der Böll-Stiftung in Washington immer die Fahne hochgehalten, das ist wirklich gut, da hat die Stiftung einen sehr guten Auftritt in in Washington, wenn ich das auch hier mal sagen darf. Zweitens, Barack Obama verfolgt eine Erneuerung der Energiepolitik, aber sie hat nicht den Akzent, den wir hier haben, zum Beispiel, wenn er jetzt, das erste Energiewendegesetz ist ja gescheitert, 2009, übrigens nicht nur an den Republikanern, sondern an der eigenen Partei, es gibt halt auch Demokraten aus Kohlestaaten, aus Ölstaaten und im Abgeordnetenhaus, als er noch eine hohe Mehrheit hatte, hat er eine ganz, ganz knappe Mehrheit für das Energiewendegesetz bekommen, im Senat ist es nie überhaupt nur zur Debatte angenommen worden, weil es aussichtslos war. Ein halbes Jahr vor Kopenhagen war jedem, der in Amerika lebte, klar, dass Amerika nichts beitragen wird zu einem richtigen Fortschritt, auf den die Europäer gehofft hatten und wenn Obama das jetzt wieder aufnimmt, dann wird er sicher Zugeständnisse an die Republikaner machen, dass es keine Einschränkungen bei Ölbohren, Gasbohren und auch keinen Kohlendioxidhandel geben wird. Amerika wird sich nicht offiziell an Cap and Trade beteiligen, wer darauf hofft, hofft auf etwas, was nicht kommen wird und nur noch der letzte Punkt, das ist nämlich auch nochmal wichtig zu verstehen in der Politik in Amerika, wenn ein Energiewendegesetz im Kongress scheitert, bedeutet das in Amerika, in diesem Riesenland nicht, dass nichts passiert. Gucken Sie nach in die Neuen Englandstaaten, gucken Sie nach Kalifornien, schauen Sie selbst in die Mitte wie Colorado, wo die Bürger per Volksabstimmung durchgesetzt haben, dass 15% des Stroms in Denver aus erneuerbaren Energien kommen muss. Es passiert sehr, sehr viel in diesem Land, auch wenn es nicht aus Washington kommt und das ist die gute Botschaft. In Deutschland in den acht Jahren ist die Anteile einer erneuerbaren Energie, ich glaube ich, von 6%, auch wo sind wir jetzt 17, 18% gewachsen, jetzt mal so Pima Daumen. In Amerika ist er in derselben Zeit von 5, 6% auf 11% gewachsen, nur dass der Strompreis sich nicht in der gleichen Zeit verdreifacht hat, sondern immer noch bei 10 Cent pro Kilowattstunde liegt. Also, die Chancen für ein umfassend ausgehandeltes Klimaabkommen waren ja schon in Kopenhagen nicht mehr so besonders gut und ich glaube auch nicht, dass die in der nächsten Zeit, was die USA betrifft, besser werden. Ich glaube auch nicht, dass sie jemals wirklich große Hoffnungen oder überhaupt große Chancen dem Prozess gegeben hatten, ein umfassendes, verpflichtendes Abkommen zu schaffen. Zu viele Beteiligte, zu schwierige Prozesse etc. Für die USA sind, soweit ich das sehen kann, ein, zwei relativ grobe Züge relativ klar. Das eine ist, this will be the golden age of gas. Also das ist, und das wird nochmal ganz spannend, das können wir aber wirklich überhaupt noch nicht absehen. Das kann klimapolitisch durchaus Vorteile haben, weil Gas nun mal etwas klimafreundlicher ist als Öl. Das ist mal die halbgute Nachricht. Oder Kohle. Das kann aber auch sein, dass in diesen komplizierten Ketten es durchaus möglich ist, dass unter bestimmten Umständen Kohle nochmal wichtiger wird und dann wird es auch nicht gut. Es kann auch sein, dass mit der Förderung von Shell Gas und einem billigeren und womöglich globalen Gasmarkt die Erneuerbaren zu leiden haben. Deswegen würde ich da überhaupt gar keine Prognosen wagen, was in der nächsten Zeit auf dem Klimasektor passiert, weil diese Schiefergas-Revolution eigentlich nur eines klarstellt. Es ist eine Revolution. Einige besonders große Enthusiasten wie Daniel Jürgen, der zwei fantastische Bücher über die Geschichte des Öls geschrieben hat, findet, es ist die Revolution des 21. Jahrhunderts. Ich bin da ein bisschen skeptischer, nur durch die Beobachtung der Berichterstattung in den vergangenen paar Wochen, in denen bestimmte Erwartungen immer mal wieder runterkorrigiert worden sind. Es wird eine ganz heiße Frage, wie das umweltpolitisch in den USA diskutiert wird. Das ist überhaupt noch nicht ausgestanden und so klar sind die Fronten nicht. So von wegen, in Europa werden wir kein Fracking betreiben, in Amerika aber ja, auch da kommt es wieder auf neue Technologien an. Momentan ist das Problem auch nicht die Chemie, die man reinpumpt, sondern die Unmengen an Wasser, die dafür notwendig sind. Ein Faktor, warum China das weniger nutzt als die USA zum Beispiel, wenn es Technologien gibt, in denen weniger Wasser benutzt werden muss, dann kann das wieder anders aussehen. Also wir können es überhaupt nicht absehen. Und da sind so viele, da sind an diesem generellen Strang, Schiefergas Revolution, hängen so viele Einzelteile dran. Wie geht das weg von den Förderungen der Erneuerbaren, von der Technologie, die notwendig ist weiterhin im Gebiet der Erneuerbaren. Wird Deutschland, sprich Europa ist eigentlich ein europäisches Projekt, die Energiewende schaffen und dann tatsächlich wettbewerbsfähig bleiben gegen den USA. Das heißt, es ist ein bisschen wie ein Mobile, das hängt an dieser großen Schiefergas-Revolution, an einem Ende stoßen Sie es an und es können so viele Dinge in Bewegung kommen, die Sie überhaupt noch nicht sehen. Das Einzige, was ich wirklich nicht sehe, ist ein umfassendes, globales, verpflichtendes Klimaabkommen. Vielen Dank. Das mit dem Mobile ist auch ein gutes Schlusswort. Das könnte auch auf die transatlantischen Beziehungen insgesamt zutreffen. Sie sind fest verankert, aber Sie können auch ins Schwingen geraten auf unvorhergesehene Weisen. Insofern, es wird spannend bleiben. Ich möchte mich zum einen bedanken bei den Referenten Silke Tempel und Christoph von Marschall für sehr kenntnisreiche und engagierte Ausführungen. Ich möchte mich auch bedanken beim Team der Böll-Stiftung, dem Technik-Team, Gregor Enste und Sigrid Lokoschus, die diese Veranstaltung organisiert haben. Bei all Ihnen, die sie gekommen sind, mitdiskutiert haben. Als Dankeschön gibt es zum einen die Bücher von Christoph von Marschall und draußen gibt es noch Getränke und Brezel, zu denen Sie sehr herzlich eingeladen sind. Vielen Dank und kommen Sie wieder.